So, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Schön, dass Sie alle hierher gekommen sind zu unserer heutigen Veranstaltung im Vorfeld der US-Wahl. Ja, was kommt auf die Wirtschaft zu, ist sozusagen die Frage, die wir uns heute stellen mit Blick auf diese anstehende Wahlauseinandersetzung, die ihre Schatten ja nun lange vorausgeworfen hat und jetzt aber im Grunde genommen unmittelbar vor der Tür steht. Wir schauen alle gespannt darauf. Mein Name ist Jan Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Co-Vorstände hier der Stiftung und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Abend. Es sind etwas mehr als zwei Wochen bis zur Wahl und allerspätestens jetzt muss man natürlich darüber reden, vor allen Dingen, was bedeutet das eigentlich für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und auch für uns hier in Europa und in Deutschland insgesamt. Wenn diese Wahl ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, wissen wir noch nicht, aber wir erleben natürlich alle, dass nicht nur es eine sehr zugespitzte Auseinandersetzung zwischen zwei Personen vor allen Dingen ist, die am Ende tatsächlich realistische Chancen haben, Präsidentin oder Präsident zu werden, sondern es ist natürlich eine auch mit Blick auf die Wahlen zum Kongress und zum Senat erhebliche Auswirkung darauf hat, welche Mehrheiten und welche Politikangebote aus den USA kommen und die natürlich, egal wie sie ausgeht, erhebliche Fragen weiterhin mit sich bringen wird, mit Blick auf das Verhältnis vor allen Dingen auch zur Europäischen Union, zu Europa und welche wirtschaftlichen Auswirkungen das hat. Das wollen wir heute Abend diskutieren. Also was kommt wirtschaftlich auf die Menschen in den USA zu, aber auch was kommt auf uns zu? Was sind die Auswirkungen auch auf die Welt? Ich war in diesem Jahr einmal unterwegs in den USA und habe mir selber auch ein Bild gemacht. Es ist ein Land, in dem sich sehr viel verändert hat. Wenn man sich das anschaut, wenn ich früher in den USA war und viel auch zum Beispiel über Handelsrecht hier und da verhandelt habe, dann war immer klar, es ist im Grunde genommen ein Land, das dem Freihandel komplett zugedreht ist und wo das Handel und Freihandel eigentlich immer auch ein dominierender Punkt der der internationalen Politik war. Und wenn man jetzt da ist und mit den Menschen redet, dann kann man sich im Grunde genommen fragen, wo ist das eigentlich alles geblieben? Denn man erlebt ein Land, das sehr stark nach innen sich gerichtet hat, sehr stark weg von internationalen Handel, sehr stark weg von internationaler Politik auch an vielen Stellen. Und das, obwohl wir jetzt ja eine Präsidentschaft hatten mit Joe Biden, die versucht hat, natürlich auf dem Parkett auch wieder sich nach außen zu richten, nach der Trump-Präsidentschaft der Ersten. Und trotzdem ist das ein verändertes Land. Und auf der anderen Seite erlebt man ein Land, in dem unerwarteter Weise Gewerkschaften und Umweltverbände und progressive PolitikerInnen eines der größten Wirtschaftsprogramme auf den Weg gebracht hat mit dem Inflation Reduction Act und dabei Regeln verfolgt hat und vorangebracht hat, die wir aus Europa uns gar nicht hätten vorstellen können, dass das in den USA wieder passiert und eigentlich zum Vorbild nehmen müssten an vielen Stellen, was die Investitionen angeht in die Transformation, was eben das Verbinden auch von Transformationen und wirtschaftlichen Perspektiven für die Menschen angeht. Wir wollen auf all diese Fragen an diesem Abend aus verschiedenen Perspektiven das diskutieren, aus wirtschaftlicher, aus wissenschaftlicher, aus politischer Sicht und wir wollen das auch mit Ihnen diskutieren und deswegen vorab ein paar Hinweise dazu. Sie können Ihre eigenen Fragen hier auch stellen und zwar über menti.com mit dem angezeigten QR-Code oder indem Sie den QR-Code scannen. Wir sammeln dann die Fragen und haben später dann auch Zeit eingeplant, um möglichst viele hier auch gemeinsam zu stellen und zu beantworten und wenn Sie eine Frage von jemand anders selbst spannend finden, können Sie die auch noch mit einem Daumen versehen, dann wird die vielleicht auch noch relevanter dadurch. Der Code wird auch später dann noch mal angezeigt und wenn Sie kein Handy dabei jetzt haben, können Sie Ihre Fragen natürlich auch immer noch analog auf den Zettel schreiben, hinten in der Ecke und dann werden wir die auch mit da reinnehmen. Ja und zuletzt vielleicht doch der Hinweis, dass wir uns auch freuen, wenn Sie dann die offen gebliebenen Fragen oder eben auch Anmerkungen, die Sie vielleicht nicht losgeworden sind, gemeinsam mit uns bei Getränk und Brezel noch weiter diskutieren. Beides wird es dann unten geben, also einfach diese Schäfchentreppe, so heißt die, in der Mitte runtergehen und nach rechts, da ist dann sozusagen der Raum, wo wir uns dann noch ein bisschen versammeln können im Anschluss an die Diskussion. Das der Vorrede genug und jetzt möchte ich aber die Gäste des heutigen Abends vorstellen, die ich auch hier dann gleich herzlich willkommen heiße, hier bei mir auf dem Podium. Ich fange an mit Simone Menne. Sie ist Unternehmerin, Kunstliebhaberin, Aufsichtsräterin und Kuratorin und sie ist seit Sommer 2021 die Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany und damit sitzt sie der größten deutsch-amerikanischen Wirtschaftsvereinigung vor. Von 2012 bis 2016 war Simone Menne Finanzvorständin der Lufthansa und damit die erste Frau in einer solchen Position bei einem DAX-Unternehmen. Sie schauen sowohl aus Perspektive, der Perspektive einer Managerin als auch als Transatlantikerin auf die Welt und das finden wir sehr spannend und wir freuen uns, dass Sie da sind. Simone Menne, herzlich willkommen. Freie Platzwahl, genau. Außerdem haben wir heute zu Gast Rüdiger Bachmann. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana in den USA. Er ist dort seit 2014 und seit 2020 als Full-Professor. Zuvor war er Professor an den Universitäten in Frankfurt, Aachen und Michigan und sein Schwerpunkt ist die Makroökonomie und über Wissenschaftskreise hinaus und über den Atlantik-Ticket weg ist er zu einem anerkennenden und viel gefragten Experten für wirtschaftlich, wirtschaftspolitische Fragen geworden und war Mitglied in mehreren Expertenkreisen deutscher Ministerium. Wir freuen uns auf Ihre Einblicke auch. Herr Bachmann, herzlich willkommen auch in unserer Runde heute Abend. Dann eben direkt vom Business hier in den Raum gekommen Andreas Audric. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bundestagsfraktion. Er koordiniert den Fachbereich Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Finanzen, Haushalt für die Grünen im Parlament und ist Mitglied im Ausschuss für Soziales sowie im Haushaltsausschuss und vor seinem Einzug in den Bundestag war er. 2016 bis 2021 Mitglied im Landesvorstand der Grünen hier in Berlin. Wir freuen uns auch, dass du hier heute Abend zu uns zu Gast bist, Andreas. Und schließlich, last but not least, und mit ihr wollen wir in dieses Gespräch auch einsteigen, darf ich live aus New York Heike Buchter begrüßen. Eben habe ich sie hier auf dem Bildschirm auch schon gesehen, sie wird bestimmt gleich eingeblendet. Sie ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin und lebt und arbeitet in New York und das seit über 20 Jahren. Seit 2008 ist sie dort Korrespondentin für Die Zeit. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem über das amerikanische Finanzsystem und wirtschaftliche Ungleichheit. Hallo Frau Buchter. Hallo. Das heißt nicht, können Sie mich hören? Wir können Sie hören. Herzlich willkommen. Frau Buchter, bei uns in Deutschland wird der Wahlkampf gerade in den USA ja immer sehr personalisiert. Er wirkt auch personalisiert überall und gerade seit Trump ist die Stilosierung dieses Duells immer extremer geworden. Sie sprechen mit PolitikerInnen genauso wie mit Leuten auf der Straße. Was entscheidet für die Menschen eigentlich diese Wahl? Welche Themen beschäftigen die Amerikanerinnen und Amerikaner? Ja, also ich denke, der Persönlichkeitskult und anders kann man das ja wohl kaum bezeichnen, lässt oft vergessen, was für die meisten Leute tatsächlich wichtig ist. Natürlich gibt es große Fans, vor allen Dingen im Trump-Lager und wir neigen in den Medien ja auch dazu, den lautesten Stimmen immer die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ich bin ja auch in anderen Teilen des Landes unterwegs und versuche da mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Und das Thema, was die meisten hier bewegt, ist die Wirtschaft und um es ganz konkret zu sagen, dass es immer schwieriger wird, mit einem normalen Gehalt hier eine Familie durchzubringen und auch im Alter noch ein bisschen was übrig zu haben und nicht, ja, also quasi stehend unterzugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch erkennen an dieser ganzen Wut, die dann oft auftaucht und über die so viel auch berichtet wird oder diesen diesen Ärger und diese Empörung und die immer wieder überkocht. Aber ich glaube, das ist auch bei anderen Leuten, die nicht so reagieren, also die nicht so wütend rüberkommen, ist dieser Slow Burner, dass die Frustration einfach, dass es seit Jahren einfach keine richtige finanzielle Sicherheit für so viele Leute mehr gibt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was bei dieser Wahl sich wieder niederschlagen wird. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen der Widerspruch. Die amerikanische Wirtschaft war in Bidens Amtszeit auf dem Papier ja sehr erfolgreich. Europa schaut neidisch auf die Wachstumszahlen und auch den Arbeitsmarkt. Sie sind in den letzten Monaten viel unterwegs gewesen in den Staaten. Kommt diese gute wirtschaftliche Entwicklung bei den Menschen eigentlich an? Bei einigen sicherlich. Vor allen Dingen bei Wohlhabenden bleibt sehr viel hängen, auch dank der Steuergeschenke, die Trump 2017 gemacht hat. Aber bei ganz vielen, auch so im breiteren Mittelfeld, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen, weil die Kosten eben so stark gestiegen sind. Es wird immer wieder von Inflation geredet. Und ja, auch wenn ich hier in den Supermarkt gehe und ich sehe einen minimal kleinen Blumenkohl für sieben Dollar angeboten, dann frage ich mich natürlich schon auch, wie das andere Leute mit einem mäßigeren Einkommen haben, die ein mäßigeres Einkommen haben, wie die das irgendwie schaffen sollen. Und das ist nicht nur in New York so. Also die Lebenshaltungskosten sind extrem gestiegen. Das ist das eine. Aber was ich glaube, was immer wieder unterschätzt wird, eines der ganz, ganz großen Themen ist Kosten für für Miete oder für eben, wenn man im Eigentum lebt, für Hauseigentum. Und die sind eklatant gestiegen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich war jetzt letzte Woche, vorletzte Woche war ich in, nee, ich war letzte Woche in Arizona, in Phoenix und habe dort eben mit vielen Leuten gesprochen. Und Phoenix ist ja eigentlich so richtig eine Boomtown. Die ganzen Chip-Hersteller bauen dort, die Taiwanesen bauen, Intel bauen. Auch sonst brummt die Wirtschaft dort. Und es ist einer der Bundesstaaten, wo sich quasi dieser Biden-Boom so richtig gezeigt hat. Und trotzdem sind die Leute dort sehr angeätzt, sage ich mal. Wenn man sich anguckt, Wohnraum ist dort so knapp. Wenn Sie zum Beispiel mit einer Familie eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben wollen, brauchen Sie ein Gehalt von ungefähr 30 Dollar die Stunde. Minimum Wage, also den Mindestlohn dort, den viele eben dort verdienen, die keine so besonders gut bezahlten Jobs haben, liegt bei 14,35 Dollar. Das heißt, Sie müssen Minimum zwei Mindestjobs haben, um eine Familie, um einer Familie wenigstens die Möglichkeit zu geben, ein Dach über dem Kopf zu bezahlen, vorausgesetzt, sie finden eines. Und das ist ganz oft nicht der Fall, weswegen auch die Obdachlosigkeit nicht nur in Phoenix, aber auch in anderen Stellen des Landes extrem gestiegen ist in den letzten Jahren. Und das alles trägt dazu bei, dass die Leute nicht nur Probleme haben, über die Runden zu kommen, sondern eben auch die große, große Sorge abzurutschen. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch mal eine Frage stellen, die wir auch hier den Gästen vor Ort im Vorhinein gestellt haben. Welches Missverständnis über die US-Wahl und Wirtschaft würden Sie vielleicht gerne aufklären? Also was sollten wir wissen, um die Lage in den Staaten besser zu verstehen? Vielleicht auch mit Blick auf die Frage, wo bilden sich eigentlich diese Diskussionen ab, die Sie dort erleben? Ich glaube, was man immer überschätzt, ist, wie wichtig den Leuten das ist. Das klingt jetzt richtig doof, weil wir ja so wahnsinnig fokussiert sind. Und das ist wieder mal so eine Wahl. Und ich glaube, bei vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist auch eine gewisse Müdigkeit dieses, wir müssen mal wieder die Demokratie retten und bitte beende nicht Herrn Trump. Ich glaube, viele Leute sind einfach müde, dass die Belange, die sie wirklich haben und die Probleme, die sie in ihrem Alltag haben und sei es, dass sie, die Kinderbetreuung ist ebenfalls so wahnsinnig teuer und ohne Kinderbetreuung kannst du nicht arbeiten und solche Sachen. Aber das ist alles, das kommt zwar vor, aber es geht letztendlich so ein bisschen immer nur um dieses ganz große, wird Trump die Demokratie endgültig abschaffen? Und du musst jetzt irgendwie an die Urne gehen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und ganz, ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, das haben die vielleicht 2020 gemacht. Aber jetzt sind sie jetzt sehr, sehr müde, weil sie das Gefühl haben, es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendeine Vision zu haben, wie dieses Land mal aussehen soll, wie dieses Land für seine Leute sorgen soll. Diese ganze Unsicherheit mit den Arbeitsplätzen, mit der KI-Frage, was wird passieren mit meinem Arbeitsplatz? Werde ich noch bezahlt werden? Habe ich ihn noch? Das sind alles Fragen, die in dieser Wahl nur als Schlagwort vorkommen, aber nicht wirklich so, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind gemeint und sie werden da ernst genommen. Und ich glaube, dass das wird, wir gucken sehr viel nach dem Neues, nach dem Geräusch. Aber wir gucken sehr wenig danach, dass beide Kandidaten eigentlich keine wirkliche Vision haben, wie es mit diesem Land weitergehen soll. Vielen Dank. Das nehmen wir mit in die Diskussion. Danke für die Einblicke insgesamt. Unsere Idee war es ja letztendlich, einmal das Scheinwerferlicht über den Atlantik zu werfen und Ihnen allen hier auch einen kleinen Wissensvorsprung für die Diskussion zu liefern. Ich finde, das haben wir jetzt hier geschafft. Danke, Heike Buchter. Und jetzt eine schöne Mittagspause Ihnen. Vielen Dank. So, dann hier aufs Podium. Erste Frage an Herrn Bachmann. Sie leben ja seit über zehn Jahren auch in den USA. 20, über 20. Boah, das ist eine ganze Weile. Und das ist ja auch eine Weile, die sich sehr verändert hat. Nun muss man das alles ein bisschen mal zusammenblicken. Aber teilen Sie die Eindrücke, die Frau Buchter hier berichtet und welche würden Sie da ergänzen? Sehen Sie es auch, sage ich mal, so ernüchternd mit Blick auf die Interessenslage bei den Menschen und das, was da vielleicht von dem Politikangebot dieser beiden KandidatInnen ankommt? Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Was wir eben jetzt lernen ist, dass so diese traditionellen Kennzahlen, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote, nach denen die beiden Ökonomie ja wirklich absolut historisch phänomenal dasteht, dass das nicht sozusagen nicht alles ist. Ja. Vor allen Dingen nicht, wenn man aus dem hochinflationären Umgebung kommt. Was eben passiert ist, dass wir haben eben diese Inflation gehabt. Und Inflation bedeutet zunächst mal Lebensstandardsverluste. Und zwar auch permanente Lebensstandardsverluste. Selbst wenn die Inflation dann wieder zurückgegangen ist, und die ist ja jetzt wieder dahin, wo die Federal Reserve sie gerne haben will, fast jedenfalls bei zwei Prozent. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Lebensstandardsverluste ausgeglichen worden sind, sondern sie haben nur aufgehört zu erodieren. Und jetzt ist die Frage, gab es schon für alle Nominallohnausgleiche? Und die Tatsache ist eben, dass es das nicht gab. Es gab mal so in der Corona-Zeit, so nach der Corona-Zeit für ein bestimmtes Segment, auch im Niedriglohnsegment, vor allen Dingen in der Gastronomiebereich, im Fastfood-Bereich, gab es dann mal kräftige, einen ziemlich kräftigen Schluck aus der Pulle. Aber das war das Einzige. Und die Reallöhne steigen erst seit einem Jahr ungefähr und relativ langsam. Also sagen wir mal so, die Trendwende ist eingeleitet. Und wenn es vielleicht noch ein Jahr gegangen wäre, dann wäre vielleicht einige dieser Probleme, die Frau Buchter geschildert hat, vielleicht auch wieder weniger, sagen wir mal, dramatisch. Aber das ist noch nicht der Fall. Die Leute haben diese Nominallöhne, die Reallohnausgleiche noch nicht bekommen. Das ist Nummer eins. Der zweite Punkt ist eben, was Frau Buchter ja auch schon angesprochen hat, um diese Inflation zu bekämpfen, und ich würde das immer verteidigen, musste die Zentralbank die Zinsen erhöhen. Aber Zinsen zu erhöhen in einer Wirtschaft, und das muss man sich klar machen, das ist eben anders als in Deutschland, die hauptsächlich auf, wo der Konsum sehr stark auf Verschuldung aufgebaut ist, wo viele Amerikaner Konsum mit Kreditkarten, mit der zweiten und dritten Kreditkarte finanzieren, wo wir eine Hausbesitzerquote von 70 Prozent haben. Und es eben nach wie vor so ist, dass die meisten Amerikaner ein gelungenes Leben dann feststellen würden, wenn sie ein Eigenheim besitzen. Das ist ja in Deutschland anders. Das hängt zum Beispiel mit dem ziemlich miesen Mietrecht in den USA meistens zusammen, außerhalb großer Städte, da wo Frau Buchter glaube ich in New York wohnt, da gibt es vernünftigen Mietmarkt. Aber ansonsten im Land gibt es eigentlich keine vernünftigen Mietmärkte, da wohnen Studenten mal in ziemlich schlechten Mietwohnungen, aber der Rest will halt ein Eigenheim. Und wenn du aus dem Niedrig, wenn du 20 Jahre aufgewachsen bist, gerade als junger Mensch, mit einer Zinsen, wo die Hypothekensinsen zwei, drei Prozent waren und jetzt hast du Hypothekensinsen von sechs, sieben Prozent, das ist natürlich ein Schock. Vor allen Dingen ist es auch, was das auch bedeutet ist, dass der an sich dynamische Arbeitsmarkt in den USA, der ja oft dynamischer ist als in Deutschland, die Leute können neue Jobmöglichkeiten gar nicht wahrnehmen, dann wenn sie dafür umziehen müssen. Weil was dann passieren ist, wenn sie schon zum Beispiel ein Haus haben, dann haben sie zwei Prozent vielleicht auf ihrem jetzigen Hypothek, aber um umzuziehen, müssen sie eine neue Hypothek aufnehmen, die dann sechs bis sieben Prozent kostet. Das heißt, die Lohnsteigerung, die man dann bekommen muss, damit dieser Job, diese neue Möglichkeit überhaupt realisierbar ist für die Leute, die muss schon gewaltig sein. Und das führt natürlich zur Frustration. Wenn ich da, wenn ich sitze, ich sitze jetzt, sagen wir mal, in Stadt A, habe ein Jobangebot in Job B, super gut, wäre ein Traumjob, gute Löhne und dann zahle ich vier, fünf, sechs Prozentpunkte mehr für die Hypothek. Die Leute können diese Opportunities oft gar nicht wahrnehmen. Und das frustriert natürlich. Und der dritte Punkt, den ich vielleicht noch dazufügen würde, ist tatsächlich, dass die Migrationskrise zum Teil aufgebauscht ist, aber zum Teil eben auch real, als reales Problem von Amerikanern wahrgenommen wird. Und zwar in Verbindung mit der Opioid-Krise. Wir wissen aus der Forschung, dass in den Regionen, in denen die Opioid-Krise besonders scharf gewütet hat, die Republikaner die meisten Stimmen gewinnen in den letzten Jahren, gemacht haben. Und jetzt könnte man ja sagen, warum ist das eigentlich nicht ein linkes Thema, ja, könnte man ja sagen, Big Pharma und so, die Big Pharma haben die Leute irgendwie, arme Leute, drogenabhängig gemacht und dann umgebracht letztlich, ja. Aber wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass für die meisten Amerikaner, die verknüpfen das tatsächlich mit der Krise an der Grenze, weil die eben nicht ganz zu Unrecht es eben so ist, dass zum Beispiel Fentanyl über die mexikanische Grenze von den Kartellen rübergeschippt wird. Und das hat natürlich zur Folge, dass ganze Regionen weiter verarmen und der soziale Kitt, der ohnehin schon schwach war, in vielen dieser Regionen noch schlimmer wird. Kurze Rückfrage dazu, gibt es eigentlich auch makroökonomische Themen, die im Wahlkampf also von den Amerikanerinnen und Amerikanern adressiert werden? Naja, also Lebenshaltungskosten und der Häusermarkt, das sind natürlich makroökonomische Themen. Das sind genau die Probleme, die hohen Zinsen. Ich meine, das wird zwar jetzt alle, die werden zwar alle abgebaut, aber die Zinsen sind nach wie vor hoch und je nachdem, wie die Wettbewerbssituation auf dem Bankenmarkt ist, wird es auch noch eine Weile dauern, bis diese Zinssenkung, die die Federal Reserve ja jetzt angefangen hat, tatsächlich im Hypothekenmarkt ankommen. Das ist aber zu spät für Joe Biden. Das wird vielleicht in einem Jahr, werden die Hypotheken merklich sinken. Andreas Audrec, warum bewerten die Amerikaner in Bidens Wirtschaftspolitik eigentlich gar nicht so positiv, wie sie für uns erstmal erscheint? Gibt es da aus der Sicht sozusagen auch der Politik Gründe für? Also ich war ja vor ein paar Monaten in den USA und habe mir einmal mit Blick natürlich darauf, dass jetzt die Wahlen anstehen, aber auch mit dem Blick darauf, dass ich lernen wollte, was für uns vielleicht von Relevanz sein könnte, hier in Deutschland, in Europa, sehr intensiv angeguckt, was die dort gemacht haben über die letzten Jahre. Ich war in Washington, habe dort Heather Boucher, eine Beraterin von Joe Biden, im Weißen Haus getroffen, habe quasi aus einer Vogelperspektive die ganzen Dinge durchdekliniert, war mit einem republikanischen Senator in Pennsylvania unterwegs, auch in Virginia, habe mir dort quasi angeguckt, wie auch in Teilen Drogenfragen, wirtschaftliche Fragen, diese ganzen Zusammenhänge, Rust Belt, alles, was wir darüber wissen, wie das zusammenhängt. Und zum Dritten dann so ein bisschen progressive Szene, New York, alles, was die versucht haben, nach 2016 aufzubauen, um einen neuen Ansatz zu finden, darin, wie man Wirtschaftspolitik anders machen kann, Wirtschaftspolitik so machen kann, dass es bei den Menschen wieder stärker ankommt. Und ich würde es vielleicht mal so sortieren, auch aus der Erfahrung dieser Reise heraus. Wir haben zum einen den Fokus auf das, was ich mal im Kern Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Jobs nennen würde. Das war wahnsinnig erfolgreich, das muss man schlicht und ergreifend sagen. Das kann man jetzt durchdeklinieren, ob das in Richtung des Inflation Reduction Act ist oder ob man das in Richtung auch der Außenwirtschaftspolitik durchdekliniert, also Außenwirtschaftspolitik in Hinsicht auf China, auch in Hinsicht auf Europa. Ich will jetzt nicht tief reingehen, aber etwas, was dort konstant Teil dessen war, was quasi die Vokabeln, die mir immer wieder begegnet sind, war Tight Labour Market. Man hat ja so ein paar Vokabeln, die begleiten einen durch so eine Reise. Das war eine Zusammenstellung von Worten, die immer, immer wieder kam. Und das ist auch, wird sehr positiv bewertet. Das sehen viele und das ist auch etwas, was einfach von großem Erfolg geprägt ist. Das zweite, glaube ich, hat eine symbolische Ebene. Und interessanterweise hat mich dieser republikanische Senator in Pennsylvania, ich habe darum gebeten, dass ich mit ein paar Leuten zusammengebracht werde, die für ihn wichtig sind in seinem Wahlkreis. Und er hat mich zusammengebracht mit Gewerkschaftern vor Ort, was ich an sich schon eine Aussage finde, dass er sich, wenn er sich die Frage stellt, mit wem bringt man so einen, der weiß genau, wer ich bin, so einen grünen, progressiven Bundestagsabgeordneten aus Deutschland, mit wem will ich den zusammenbringen, kommt er an den Punkt, dass er in seinem Wahlkreis mit Gewerkschaften das organisiert. Und die haben mir gesagt, und das ist die symbolische Ebene, wir können mit den Demokraten nichts anfangen, Hillary ist Wall Street und wir sind weit weg von dem, was die an der Stelle mal irgendwann repräsentiert haben. So, es gibt eine riesige Kluft. Das versucht Joe Biden und das macht Kamala Harris nicht anders, wieder zu überbrücken. Das sieht man daran, dass er, als er die State of the Union gehalten hat, dass er dort den Gewerkschaftschef der United Autos Union im Publikum stehen hatte, auf der Tribüne stehen hatte, der ist aufgestanden, man hat gegrüßt, man hat versucht, gemeinsam vor der ganzen Nation zu zelebrieren, wir gehören wieder zusammen. Man versucht gleichzeitig sehr, das war auch sozusagen so Worte, die aneinandergereiht immer wieder kamen, first president in the picket line, also der erste Präsident, der sich tatsächlich an den Streikposten begeben hat und gesagt hat, wir sind wieder bei euch. Heather Boucher im Weißen Haus hat das geframed, indem sie gesagt haben, we are building economy from the middle out and from the bottom up. Also den Versuch, die Breite der Bevölkerung mit der Wirtschaftspolitik wieder anzusprechen. Und ich glaube, da sind Punkte gelungen. Das ist etwas, was tatsächlich auch Wirkung entfaltet hat. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt und das ist ein bisschen, was wir gerade besprochen hatten, nämlich die Frage, inwieweit schlägt sich das im täglichen Leben der Menschen schon nieder, in Preisen vor allem. Und eine Sache, die zum Beispiel dort diskutiert wurde, in der Zeit, als ich da war, ob man nicht angesichts dessen, dass Donald Trump zu seiner Zeit Schecks ausgegeben hat, auf denen sein Konterfall gedruckt war, im Sinne von hier ist eine Erleichterung eures Lebens, im ganz Konkreten. Ihr könnt damit einkaufen gehen. Ob man nicht, das ging bis dahin, dass in manchen Kreisen dort in Washington diskutiert wurde, ob man nicht sowas braucht wie ein Regal in den Supermärkten mit subventionierten Lebensmitteln. Das, was man so im täglichen Bedarf braucht und drüber steht brought to you by the President. Also die tatsächlich ganz konkrete Frage, kommt all das, was da passiert, sozusagen die symbolische Brücke, die großen Investitionen, Aufbau von Infrastruktur, Jobs, die da wieder aufgebaut werden. Ich könnte tausend Geschichten erzählen von wirklich auch rührenden Momenten, eine Stahlfabrik, die der einen Seite geschlossen wird, als ich genau da war, zwei Wochen vorher ist das passiert und eine Batteriezellfabrik, die plötzlich genau an der gleichen Stelle entsteht und die Leute von der einen zur anderen transferiert werden und so weiter. Da passiert wahnsinnig viel, aber noch kommt es nicht im Alltag der Menschen so an, wie es ankommen müsste. Und das Interessante daran ist, dass Kamala Harris diesen Punkt in ihrer Opportunity Economy, die sie jetzt immer beschwört, als ersten riesig großen Teil quasi aufgelistet hat. Also was machen wir mit Lebensmittelpreisen? Was machen wir mit im Zweifel auch Betrug bei der Frage nach Lebensmittelpreisen? Was passiert mit Medikamentenpreisen? Was und so weiter. Diese ganzen Themen sind riesig und sind auch bei Mieten, bei Wohnen, Housing, das sind die Fragen, die ganz, ganz tief drin ganz viele in den USA beschäftigen, wo ihnen sozusagen der letzte Link in ihr Lebensumfeld fehlt, was eine große Verunsicherung mit sich bringt. Und glaube ich, da liegt viel der Frage und viel der Antwort, um die man sich drehen muss. Danke, Herr Bachmann, ich komme gleich wieder zu Ihnen zurück. Ich wollte eine kurze Ergänzung machen, wenn ich darf. Okay, na gut, kurz. Es ist aber auch noch eine, und wir wissen das aus der Forschung, aus der wirtschaftspsychologischen Forschung, es gibt halt da eine fiese Asymmetrie für die Demokraten. Und zwar folgende, wenn Sie, ganz kurzer Ausdruck in die deutsche Wirtschaftsgeschichte, wenn Sie dann an, wenn Sie an ökonomisches Ereignis denken, das Hitler an die Macht gebracht hat. Was denken Sie dann? Die Hyperinflation, typischerweise. Die Hyperinflation, wissen Sie, wann die war? Die war 1923, die war zehn Jahre vor Machtergreifung. Aber im deutschen kollektiven Gedächtnis ist die Hyperinflation, nicht die Weltwirtschaftskrise und die sechs Millionen oder die, wie viele auch immer, Arbeitslose vor Hitler. Und das zeigt uns etwas, nämlich, das zeigt uns, dass Inflation von den Menschen als unfair wahrgenommen wird, weil es ein Gift ist, das sozusagen jeden betrifft, gegen das man sich auch nicht wehren kann. Wenn man aber jetzt einen Arbeitsplatz bekommen hat, in der neuen guten Biden-Ökonomie, wenn man eine reale Lohnerhöhung bekommen hat, in der guten Biden-Ökonomie, das sagt man nicht, dass danke Biden, danke Onkel Joe, da kann man immer sagen, naja, ich bin doch ein toller Hecht, ja, ich habe es ja verdient, dass ich einen guten Reallohn bekomme, dass ich einen Job gefunden habe. Die Inflation, die ist sozusagen, das ist was Amorphes, ja, das kann man nicht so richtig fassen, das schiebt man auf die Politik. Wenn es aber dann gut gemacht wird, wenn es verbessert wird mit Nominallöhnerhöhungen, mit Situationen, wo die Leute Arbeitsplätze finden, das attribuieren die Leute sehr gerne auf sich selbst. Und das ist eine Situation, die richtig fies ist, wenn sie als Politikmacher dagegen ankämpfen müssen. Ist natürlich ein Muster, das man in der Politik sowieso immer wieder erkennt, man wird in der Regel nicht dafür gewählt, was man gemacht hat, sondern dafür, was man sozusagen an weiteren Schritten in Aussicht stellt, an den Narrativen, die man erzählt, darauf konzentrieren sich die Kampagnen. Ich will aber nochmal einmal zurück, eben wir hatten das Thema Inflation Reduction Act, also die Maßnahmen, die ergriffen wurden in den USA, verbunden mit dem auch von mir schon erwähnten Turn sozusagen, weg von WTO und Welthandel und so weiter. Ich meine, hier in Deutschland und Europa hat man ja erstmal auch relativ negativ darauf reagiert, so nach dem Motto, das ist jetzt der neue Protektionismus, ist es ja auch in gewisser Art und Weise. Und die Frage stellt sich, inwiefern war das eigentlich ein Schaden für Deutschland und Europa und inwiefern ist das, sage ich mal, jetzt eine Entwicklung, die so weitergeht, die weltweit durchgreift oder wird es sich auch wieder anders entwickeln, Frau Menne? Also ich glaube, der Inflation Reduction Act hat der deutschen Wirtschaft in keiner Form geschadet. Im Übrigen alle vorherigen Acts haben der deutschen Wirtschaft genutzt. Es führte zu viel Investitionen von deutscher Wirtschaft und zum Gewinnen von deutscher Wirtschaft und in dem Sinne muss man da auch mit Augenmaß drüber reden. Gleichzeitig hat Europa auch einiges gemacht und auch in Europa gibt es bestimmte protektionistische Regeln in dem Zusammenhang. Und also da, ich finde, da kann man wirklich mit einer gewissen Gelassenheit agieren und eher sagen, und das kam ja später erst, hat Macron von einem Handelskrieg erzählt, was es in keinster Form war. Und später wurde dann gesagt, ja, können wir das nicht als Beispiel nehmen? Wie kann man tatsächlich Investitionen in neue Technologien und in Klimaschutz fördern? Unter dem Titel, der ja was ganz anderes bedeutet, nämlich ich tue was gegen die Inflation, was natürlich aber für die öffentliche Meinung das war, um es durchzusetzen. Also ich sehe das überhaupt nicht so dramatisch, wie es teilweise geschildert wurde und die Auswirkungen, die wir sehen. Also wir sehen keinen massiven Peak. Also wir sehen eine gute, stabile Linie nach oben. Jetzt aber nicht, dass alle auf einmal plötzlich ganz viel investiert haben. Ich glaube, im Hinblick auf die Wahl ist es interessant, also die Vermutungen sind, dass beide, sowohl Frau Harris als auch Herr Trump, an bestimmten Teilen des Inflation Reduction Acts festhalten werden. Bei Frau Harris ist das vielleicht einfach zu erklären. Bei Herrn Trump, der ja gerne am liebsten alles abschafft, was der Vorgänger gemacht hat, der wird starke Bundesstaaten haben, republikanische Bundesstaaten, die selber davon profitiert haben und die gesagt haben, halt mal Stopp. Und das ist so die wichtige Botschaft, finde ich, die wir auch hier erläutern müssen. Es findet eben nicht alles im Weißen Haus statt. Es findet viel in den Bundesstaaten statt, es findet viel im Kongress statt, es findet was im Senat statt. Die Gesamtkonstellation wird natürlich entscheidend sein für das, wie es weitergeht. Eine Thematik, die ich Sie da nochmal fragen wollte, weil Sie auch von dem Handelskrieg, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man jetzt halt leicht zu China. Ist das eigentlich eine Thematik, die in diesem Wahlkampf oder mit Blick auf die nächste Legislaturperiode eine große Rolle spielt? Und wo sehen Sie da die Entwicklung? Wo entwickelt sich die US-Politik dahin? Also China war, ich bin glaube ich seit vier Jahren Präsidentin der American Chamber of Commerce und in jedem politischen Gespräch, was ich geführt habe, war China ein großes Thema. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo anzunehmen ist, wo ich aber auch sagen würde, da werden sich die beiden Kandidatinnen nicht so weit unterscheiden. Die werden beide sagen, China ist ein Feind und die Frage ist, wie deutlich der Wunsch besteht, dass in Partnerschaften auch die Partner entsprechend mitgehen. Also inwieweit Druck auf Deutschland ausgeübt wird, zu sagen, da müsst ihr jetzt auch mitspielen. Also das, aber auch da würde ich sagen, beide werden den amerikanischen Arbeitsmarkt versuchen zu aufzubauen, die Industrialisierung fördern und sagen, China ist in der Hinsicht ein Feind für uns. Deswegen werden wir mit bestimmten Maßnahmen dagegen angehen. Das hat Herr Biden auch schon gemacht. Und die Frage ist, inwie deutlich die Forderung besteht, da müsst ihr jetzt mitspielen. Stichwort Partnerschaft, europäische Wirtschaft, US-Wirtschaft in diesem Kontext. Wenn man sich so ein paar zentrale Linien anguckt, dann sieht man da ja auch Unterschiede. Wenn wir jetzt zum Beispiel Inflation Reduction Act und die Frage, wie wird Politik, Transformationspolitik vor allen Dingen wirtschaftlich gemacht, dann sieht man bei den USA massive Investitionen, während man in der Europäischen Union zum Beispiel CO2-Preis und andere eher gezieltere Förderansätze eher den Versuch einer Lenkung sieht. Sehe ich das falsch oder gibt es da nicht einen gewissen Unterschied oder eine Differenz? Und wenn ja, wie löst man die eigentlich auf? Ja, das ist so. Allerdings hängt das mit einer bestimmten Dysfunktionalität des amerikanischen politischen Systems zusammen. Ich weiß, dass der IRA gerade in der Grünen-Partei, gerade bei Robert Habeck, als sehr positiv gilt. Wenn man sich es aber mal genauer anguckt, gibt es da auch einige Wermutströpfchen oder Tropfen, um nicht zu sagen Flüsse. Also, warum haben die Amerikaner Klimaschutz über den IRA gemacht? Man kann ja Klimaschutz, es gibt drei Politikkategorien, mit denen man Klimaschutz machen kann. Das eine ist der CO2-Preis in irgendeiner Form, ob über Steuer- oder Mengenbegrenzung. Dann kann man es über Ordnungsrecht machen, also man kann einfach bestimmte Sachen verbieten oder anordnen, ja, ab 2028 nur noch Wärmepumpen oder so, das ist Ordnungsrecht. Oder man kann es über Subventionen machen. Vor den Investitionen kommen ja erstmal die Subventionen, das ist ganz wichtig. Ja, also man kann es über Subventionen machen. So. Die ersten beiden Möglichkeiten waren im amerikanischen System schlicht und ergreifend nicht möglich für die beiden Administrationen. Warum? Weil es in einem Senat normale Gesetze mit einer 60-40 Mehrheit verabschiedet werden müssen. Das heißt, die müssen einen sogenannten Filibuster-Proof haben. Ja, und diese Gesetze wären nie durch einen selbst demokratisch dominierten Senat gegangen, weil die Demokraten niemals die 60-40-Grenze überschritten haben. Die einzige Ausnahme im Senat sind Haushaltsgesetze, ja, die aus dem Repräsentantenhaus kommen müssen und dann in sogenannten Reconciliation-Verhandlungen zwischen Senat und Haushalt mit der einfachen Mehrheit plus, also 50 plus Vizepräsidentin Tybrek verabschiedet werden können. Okay. Das heißt, mit anderen Worten, in den USA musste man den Klimaschutz, wenn man ihn überhaupt machen wollte, über ein Haushaltsgesetz machen. Und das erfordert eben Subventionen. Da kann man kein Ordnungsrecht reinschreiben. Das wäre eine Umgehung der parlamentarischen Regeln im Senat. Da kann man auch keinen CO2-Preis reinschreiben. Auch das wäre eine Umgehung der parlamentarischen Regeln im Senat. Also hat man das gemacht und genauso ist es gekommen. Alle Republikaner waren dagegen. Es waren 50 Senatoren oder 51 Senatoren, nee, glaube ich sogar tatsächlich 50 Senatoren plus der Tightbreak von Harris dafür. Das war der Grund. So, was hat man jetzt, was kann man jetzt dazu sagen aus ökonomischer Sicht? Ja, wie gesagt, ich bin dafür, weil die Amerikaner rein mussten in den Klimaschutz. Es ging gar nicht anders. Sie haben es auch schon genannt. Es wurde auch politikökonomisch sehr intelligent gemacht. Biden, der alte Fuchs, hat es kapiert. Nämlich, wer profitiert am allermeisten davon? Tatsächlich rote Bundesstaaten. Oklahoma zum Beispiel, Georgia. Und da besteht die Hoffnung, dass das auch in einer Trump-Administration bestehen bleiben wird. Also das war gut gemacht. Handwerklich auch gut gemacht. Aber es ist extrem teuer. Es ist die teuerste Möglichkeit, Klimaschutz zu machen, was natürlich riesen Mitnahmeeffekte gibt. Also Leute, die sowieso, keine Ahnung, ein Elektroauto kaufen wollten oder sich ein Solarpanel aufs Dach setzen wollten, die kriegen jetzt die Subvention halt auch. Das heißt, es wird extrem teuer. Das heißt, es wird vermutlich auch das Gegenteil von Inflation Reduct. Es wird in der mittleren Frist, wenn überhaupt, Inflation anheizen. Ja, weil es eben so eine starke Mitnahmeeffekte geben wird. Ist das eine richtige Politik? Ich würde sagen, für die Amerikaner, wie gesagt, ja. Und wenn das gut ausgehen kann, dann eben für die Amerikaner, weil die die Schuldenkapazität haben und sich auf dem Weltfinanzmarkt entsprechend verschulden können, ist es die optimale Politik sicher nicht. Ja. Da gibt es gute Gründe, warum man das eher über CO2-Preise kombiniert mit einem intelligenten Klimageld machen will. Das ist wesentlich billiger, wesentlich effizienter. Insofern wäre ich da vorsichtig für Deutschland, das sozusagen als Vorbild zu nehmen. Was man sich als Vorbild nehmen kann, ist die Can-Do-Attitude. Zu sagen, wir müssen da jetzt mal rein, wir müssen endlich was machen, ja. Und wirklich ernsthaft mit dem Klimaschutz anfangen. Das kann man sich angucken. Das spezielle Instrument, wäre ich vorsichtig, das für Europa und Deutschland so ohne weiteres zu übertragen. Wie gesagt, das hängt an der speziellen politischen Situation und der parlamentarischen Situation in den USA. Ich würde es gerne nochmal einmal an Sie zurückgeben, Frau Mende. Sehen Sie Vorbildcharakter in dem, was diese demokratische Administration gemacht hat, beziehungsweise was auch eine Kampagne Harris-Waltz jetzt voranbringt für die Diskussion in Deutschland und Europa? Also der Wunsch in Unternehmen ist natürlich, es ist ganz einfach zu bekommen. Also ich kann eigentlich eine Steuererstattung bekommen auf eine sehr schnelle Art und Weise und ich kann es berechnen. Ist in Deutschland und der Europäischen Union, Stichwort Schwäche von regulierenden Systemen, unglaublich schwer, weil das EU bei Hilfe rechnet. Das ist der Punkt. Hier muss man erst ein Ziel erreichen, bevor man was bekommt, was natürlich von der Sache her mehr Sinn macht, weil dann tatsächlich es auch erreicht wird. Und wie Herr Bachmann richtig sagte, wir in den USA auch sinnlose Maßnahmen sehen, nur um an Geld zu kommen. Definitiv, die nicht zielführend sind. Aber was natürlich auch in den USA viel schwieriger ist als in Deutschland, und in Deutschland ist es ja schon schwierig genug, ist, Menschen was vorzuschreiben. Also die wollen nicht mal eine Sozialversicherung. Sie sagen, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und der Staat soll mir bitte nicht vorschreiben, dass ich krankenversichert sein muss. Und da wird es bei Klima noch schwieriger. Und das ist ja bei uns auch schon nicht einfach. Also da kommt viel Psychologie mit rein. Das sehe ich auch so. Und ja, dann kommt natürlich die Konstellation, wie eben beschrieben, in den USA oder eben auch die europäische Konstellation. Von daher ist das in der Form so einfach nicht machbar. Das Interessante ist ja aber, es ist Solar World, die gesagt haben, ey, cool, da gibt es ein Inflation Reduction Act, ich gehe jetzt nach den USA und mache hier alles zu. Die dann gemerkt haben, so einfach ist USA eben auch nicht. Da gibt es auch Bürokratie. Es gibt bestimmte Sachen, die nicht geregelt sind. Die werden dann alle vor Gericht geregelt. Das wird dann häufig übersehen. Dass das auch vom System her ein völlig anderer Angang ist. Und dass man nicht so einfach sagen kann, ach prima, ich nehme das alles mit und ziehe deswegen in die USA. Absolut. Vor etwa einer Woche hat Harris ihr Wirtschaftsprogramm vorgestellt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, auch die Art und Weise, wie sie das in die Kampagne einbaut und die Demokraten sozusagen jetzt ihren Plan darauf stellen. Andreas, wie siehst du das mit Blick auf die Vorbildfunktion für die hier herrschende Politik, die ja im Moment deutlich im Kontrast dazu eher von schlechter Laune geprägt ist, als von so einem guten Laune oder, sag ich mal, motivierenden Wahlkampf, wie er da gerade läuft? Gerne einmal zu der Frage quasi Vorbild für hier und dann am Ende nochmal zur schlechten Laune. Morgen ist auch Arbeitgebertag, also kann man viel darüber reden gerade. Einmal zu der Frage Vorbild. Ich teile sehr die Grundeinteilung, dass wir drei Varianten haben, Klimaschutz zu machen. Einmal über den CO2-Preis, einmal über gesetzliche Regelungen, einmal über die Frage Investitionen und das impliziert auch Subventionen. Das stimmt. Und ich glaube, die Erfahrung, die in den USA gemacht wurde, haben wir hier auch gemacht, um ehrlich zu sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, über den Preis zu gehen. Und wir haben die krasseste Erfahrung darin gemacht, jetzt Anfang dieser Legislaturperiode, als angesichts des Kappens der Versorgung mit Gas von Seiten Putins, hier die Preise durch die Decke gegangen sind. Die Ersten, die gesagt haben, wir müssen etwas machen, um den Benzinpreis runterzubringen, sind die, die sonst immer sagen, dass die Preise gerne steuern sollen und nach oben gehen sollen. Ich habe das im letzten Wahlkampf schon gesagt. Die FDP lügt sich in die Tasche und alle, die diese Perspektive einnehmen, lügen sich in die Tasche, wenn sie glauben, über den CO2-Preis Klimaschutz steuern zu können. Ich bin sehr dafür, dass das Teil des Instrumentenkasten bleibt, mit einem guten Klimageld dabei. Das ist die Voraussetzung. Aber die Idee, dass wir den CO2-Preis in eine Höhe schrauben können, dass wir substanziell Klimaschutz machen, es wird nicht passieren, um es einmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Die zweite Frage, Verbote. So, da brauche ich in diesem Raum, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen. Die Idee, dass wir über Verbote am Ende schnell genug das hinkriegen, was notwendig ist, glaube ich nicht dran, um ehrlich zu sein. Und insofern ist das, was wir machen müssen, glaube ich, und deswegen finde ich das sehr, sehr lehrreich, was in den USA gemacht wird. Wir müssen über die Frage Investitionen gehen. Wenn wir anfangen zu sagen, dass wir die Schulen durchsanieren und am Ende haben wir besseres Lernklima für Kinder und wir haben Klimaschutz betrieben. Wenn wir sagen, wir investieren in neue Zukunftstechnologien, sei das bei ThyssenKrupp, bei Salzgitter, sei das bei der Frage der Chemieindustrie, bei der Frage der Gaskraftwerke, die dann mit Elektrolyseuren irgendwann gekoppelt werden und so weiter. Das sind riesige Investitionssummen und daraus entstehen positive Verbindungen. Wenn wir in die Bahn investieren, dann erleben Menschen, dass die Bahn wieder besser fährt und wir haben Klimaschutz gemacht. Wenn ich nach Berlin reinschaue, dann haben wir die BVG, der ÖPNV. Das ist über die ganzen nächsten Jahre überhaupt nicht durchfinanziert. Kein Mensch weiß, wie wir diese alten kaputten Wagen irgendwann ersetzt kriegen. Es sind große Bestellungen gemacht, über 1.000 Wagen noch unter der Grünen-Administration in Berlin. Es ist nichts ausfinanziert bis zum Schluss. Und deswegen ist, glaube ich, wenn wir nicht an den Punkt kommen, mal ernsthaft zu sagen, Schuldenbremse reformieren, großes Investitionsprogramm auflegen und am Ende Klimaschutz mit positiven Fragen, die in der Gesellschaft erlebbar werden, zu verbinden, dann wird es auch bei uns nicht funktionieren. Und alles andere, wir brauchen alle drei Instrumente, das ist klar. Nichts davon wird rausfallen. Wir brauchen einen CO2-Preis plus Klimageld. Wir brauchen regulative Instrumente. Aber das, was gerade fehlt, das, worüber wir intensiv diskutieren müssen, ist, dass wir Investitionen auf eine ganz andere Ebene bringen müssen. Weil sonst, ich bin der Meinung, sonst explodiert uns auch am Ende diese Gesellschaft bei dem Transformationsdruck, den wir gerade haben. Und ein Halbsatz zum Thema schlechte Stimmung, weil ich mich nicht drum drücken will. Also, wir haben die Situation in Deutschland übernommen, in einem Zustand, als wir zum einen strukturell einen wahnsinnig schlecht aufgestellten Standort haben. Das ist eine langfristige Frage, die wir übernommen haben. Wir haben dazu einen Konglomerat aus Krisen übernommen. Die erste Krise ist die Frage nach den Lieferketten nach Corona. Die haben nämlich überhaupt nicht mehr funktioniert. War eine Riesenhypothek, die in diese Legislatur hineingekommen ist. Zweitens, dass uns dann Putin 55 Prozent der Gasversorgung einfach gekappt hat, einfach den Hahn zugedreht hat. Und wir haben das beantwortet, nicht damit, dass wir am Ende Unternehmen runterfahren mussten, sondern damit, dass wir Gas besorgt haben und dass wir als zweites die Erneuerbaren in einer Geschwindigkeit ausgebaut haben, wie es nie davor da gewesen ist. Das heißt, wenn wir jetzt schlechte Stimmung haben, will ich gar nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt ist angesichts einer schwierigen Lage. Aber es ist an vielen Stellen nicht gerechtfertigt angesichts der Leistung, die auch durch diese Bundesregierung erbracht wurde. Herr Bachmann, Sie haben gezuckt, wollten darauf nochmal reagieren. Aber wenn Sie es tun, dann vielleicht nochmal mit der Frage auch dazu, wenn wir auf den CO2-Preis schauen, dann schauen wir ja auch auf ein Instrument, das eben wie Inflation letztendlich die Leute auch auf die Barrikaden bringen kann. Wie gehen wir damit um? Das glaube ich eben nicht, weil wer CO2-Preis will, aber eben kein Klimageld hat, der lügt. Wie hoch darf der Benzinpreis gehen, bis die Leute auf die Barrikaden gehen? Ja, ja, aber wie gesagt, je höher der CO2-Preis ist, desto mehr kann man auch umverteilen. Das ist ja der Punkt. Die Leute sollen ja dann kräftige Schecks in die Tasche bekommen. Aber dann muss man das halt auch umverteilen wollen. Und das sehe ich bei keiner politischen Partei, die das wirklich macht. Also insofern, da gäbe es viel zu sagen. Können wir vielleicht auch nachher? Ich wollte aber eigentlich was anderes sagen. Nämlich, ich bin ein bisschen überrascht, dass gerade von der linken Partei die Idee von Harris, ob die das jetzt durchkriegen wird, habe ich meine Zweifel, weil die Verhältnisse im Kongress nicht so sein werden. Aber immerhin in ihrem wirtschaftspolitischen Programm steht eben ganz klar drin, Steuererhöhungen. Und zwar Steuererhöhungen für Reiche ab 400.000. Und das wird mich zwar persönlich leider betreffen, aber das ist eine gute Idee. Ja, und insofern, das sollte doch eine linke Politik sein. Wir werden nicht alles, alle diese Transformationsinvestitionen, für die ich auch bin, bei der Bahn sicher, das ist offensichtlich ein öffentliches Gut. Aber es wird eben auch, und deswegen braucht man den CO2-Braust, es wird eben auch viele private Investitionen bedürfen. Wir brauchen eine Steuerung für die nächsten 20 Jahre, eine Konsumreduktion. Wir werden nicht beides haben können, mehr Investitionen und mehr Konsum, dass so schnell wird der Kuchen einfach nicht wachsen. Und dann ist es eine Frage der Arithmetik, dass am Ende der Konsum reduziert werden muss von irgendjemand. So, und wenn man dann noch ein Stückchen weiter denkt, dann ist es eben so, dass es nicht der Konsum derjenigen sein kann, wird sein können, denen es ohnehin nicht so gut geht. Also dann, wenn man diesen Schritt noch weiter denkt, dann muss der Konsum der Reichen reduziert werden. Das ist die einzige Möglichkeit, okay? Das ist reine makroökonomische Arithmetik. Und linke Parteien, meiner Meinung nach, sollten auf dieses Programm setzen. Steuerentlastungen für den unteren Bereich, für den mittleren Bereich, aber durchaus Steuererhöhungen für den höheren Bereich, um eben genau zusammen mit Schuldenaufnahme und Investitionen, um eben genau ein Zwei-Jahrzehnte der Investitionen auszurufen. Und das bedeutet notwendigerweise zumindest nicht so starkes Anwachsen des Konsums im Aggregaten. Das kann nur von den Reichen kommen. Da haben Sie den Ball jetzt für Andreas Audritsch auf den Elfmeterpunkt gelegt, der an der Stelle ja selber schon kürzlich rausgegangen ist zu diesem Thema. Naja, ich würde es einmal, oder drei Sachen. Erstens, nochmal einmal zum Thema steigende Preise. Wenn eine Partei Erfahrung damit hat, Kampagnen der Bild-Zeitung zu stehen, dann sind wir das. Und was ich in dieser Legislaturperiode im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, mit den verschiedenen Sachen erlebt habe und ehrlich gesagt durchgestanden habe, und ich bin verdammt stolz, wie wir das gestanden haben, trotz allem Kollateralschaden. Das ist hart, das ist für uns hart, das ist auch schlimm für die Gesellschaft an verschiedenen Stellen gewesen, aber wir haben Erfahrung damit und ich wage die Prophezeiung, dass niemand in der deutschen politischen Landschaft in der Lage sein wird, ein Trommelfeuer angesichts steigender Benzinpreise über eine längere Dauer durchzuhalten. Das ist eine Illusion, der man sich, glaube ich, stellen muss, weil man sonst nicht dazu kommt, Politik zu machen, die am Ende mit der Bevölkerung einhergeht. Wir müssen Dinge tun, die Menschen gut finden, sonst werden wir am Ende nicht an den Punkt kommen, dass Klimaschutz erfolgreich ist. Der zweite Punkt ist die Frage nach den Verteilungsfragen und den Investitionen. Ich würde es so aufspalten. Wir haben auf der einen Seite die Investitionen in Güter, die dann tatsächlich auch zur Verfügung stehen, in die Reparatur von Schulen, in die Frage von der Bahn, in die Frage von Brücken, alles, was wir haben. Das wird über Schuldenaufnahme auch passieren müssen. Wir haben in egal welcher Zunft mittlerweile bei den Gewerkschaften, bei den Unternehmen im BDI, beim Institut der deutschen Wirtschaft, ist jetzt kein linkes Institut, bei der OECD, beim Draghi-Bericht, man kann das durchgehen. Alle, alle, alle sagen, wir brauchen Investitionen in einer Größenordnung, dass wir da die Schuldenbremse reformieren müssen, um das auf den Weg zu bringen. Wir brauchen gleichzeitig eine grundsätzlich andere Debatte darüber, wie man das finanziert, was dann an Software da rein muss sozusagen. Also, dass wir Erzieherinnen und Erzieher anständig bezahlen, dass wir Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor Ort haben, dass wir das Gemeinwesen in Deutschland stärken. Das sind alles Fragen. Da wird es Investitionsbedarfe geben in einem großen Umfang. Wenn ich mir angucke, wie die Bezahlungsstrukturen, wie die hier in Berlin auch in den Kitas sind und an anderen Stellen, was die Pflege angeht, das wird enorme Kosten haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an der Stelle eine Steuerpolitik brauchen, die die Gerechtigkeit, den Gerechtigkeitskurs wieder an den Punkt zurückbringt, an dem es tatsächlich die großen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft gibt. Das heißt, ich habe das mit der Kollegin Katharina Beck zuletzt aufgeschrieben, Wir sind auf einen zweistelligen Milliardenbetrag gekommen, den man einnehmen kann, wenn man zig Lücken schließt. Zum Beispiel so eine Frage, warum ist es so, dass wenn man mit Immobilien spekuliert und dann über die Zehnjahresfrist kommt, keinerlei Steuern mehr zahlt, wenn man die Immobilie veräußert, sind sechs Milliarden, die man dort einnehmen könnte, als ein Beispiel. Bei der Erbschaftssteuer muss man Erbschaftssteuer zahlen, wenn man einen Bäckereibetrieb erbt, wenn man einen großen Lebensmittelkonzern über 26 Millionen erbt, muss man keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Auch da kann man Veränderungen herbeiführen und Milliarden am Ende einnehmen. Ich könnte zig Beispiele davon aufzählen. Wir haben ein Papier draußen, steht auf der Homepage der Grünen Bundestagsfraktion. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das mal in Angriff zu nehmen. Und eine Sache, die wir noch ausdefinieren werden, ist die Frage der Einkommenssteuer. Was klar ist, wir werden einen großen Teil der Bevölkerung entlasten und auch entlasten müssen, gerade in der Mitte, die kleinen Einkommen, die mittleren Einkommen. Das wird mit Sicherheit auch Konsequenzen am oberen Ende haben. Die Gutachten sind in Auftrag gegeben. Wir werden das Wahlprogramm schreiben und dann herrscht da auch in Zahlen Klarheit. Sehr gut. Das war einmal der Exkurs jetzt sozusagen, was können wir sozusagen als Vorbildfunktion da mitnehmen, auch aus dieser Diskussion angeregt eben darüber, was ist eigentlich in den USA Positives erreicht worden. Vieles davon ist trotzdem nicht angekommen. Da müssen wir also auch schauen, wie kann man da vielleicht auch daraus die Lehren nochmal ziehen. Ich will trotzdem an der Stelle nochmal einmal wieder zurück in die USA und auch fragen, wir haben jetzt noch nicht so viel über die beiden KandidatInnen und deren Programme gesprochen, also Trump und Harris, die ja an der Stelle irgendwo mit ihren Kampagnen eine Antwort dafür geben wollen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Was sind da eigentlich die zentralen wirtschaftlichen Herausforderungen, die auf die USA jetzt zukommen in den nächsten Jahren, Frau Menne? Und wie unterscheidet sich das möglicherweise auch von der EU? Gibt es da Unterschiede? Und also mit dem Blick darauf, wie wird das angegangen? Oder was erwarten Sie da von diesen Präsidentschaften, die da möglicherweise jetzt im Raum stehen? Also die interessante Frage wird die Konstellation ja sein. Was kann überhaupt beschlossen werden? Das heißt, wie ist die Verteilung in Kongress und Senat? Und an welchen Stellen kann nur noch das Allernötigste gemacht werden, weil man sich wieder gegenseitig blockiert? Was haben wir jedes Mal gesehen? Egal bei welcher Regierung, war das Thema Budget? Und bis zum Stillstand der öffentlichen Hand, die nicht mehr bezahlt werden kann. Auch das werden wir wieder sehen. Den Budgetdeckel anheben. Genau. Und die Verschuldung ist natürlich groß. Also da muss man auch sagen, also viel mehr Spiel haben die eigentlich nicht. Weil dann wird es kritisch selbst für eine USA. Und deswegen muss man natürlich schauen, wie kommt man an Geld. Deswegen gibt es die Idee von Zollerhöhungen oder Steuererhöhungen oder Steuerumverteilungen in einigen Fällen. Ich persönlich glaube, und das ist das, was viele immer überrascht ist, wird sich nicht so sehr unterscheiden. Egal welcher Kandidat gewählt wird. Trump hat ganz andere Themen natürlich. Also wir reden über Wirtschaft und nicht über Geopolitik. Also die Wirtschaft hat unter der letzten Trump-Präsidentschaft nicht gelitten. Weder die deutsche noch die amerikanische. Ich denke, die Thematiken, die wir sehen und wo wir dann auch die Lehre ziehen können, was ist hier, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Wir haben diese soziale Schere und die wird hier in Deutschland auch immer größer. Das führt dazu, dass wir Feindbilder schaffen können. Und die Feindbilder werden geschaffen häufig durch das Thema Migration und durch Überfremdung, die nicht so real ist, wie sie dargestellt wird. Aber das ist einfach. Und es ist einfach für Menschen, die wütend sind. Und wir haben gehört, viele Amerikaner sind wütend, was sie in den letzten Jahren gesehen haben oder weil sie keine Immobilien mehr finden können. Und dann sind sie anfällig für Demagogen. Und das ist, denke ich, etwas, was ganz wichtig ist in der amerikanischen Politik. Und die Wirtschaftspolitik ist da nur begrenzt ein Motor. Ich halte das, was Frau Harris vorgestellt hat, für ein absolut akzeptables Programm. Die Frage ist, traut man ihr das zu? Herr Biden hat einige Sachen nicht gemacht für die Gewerkschaften. Also das Thema Stahl- und Aluminiumabkommen beispielsweise, was wir uns ja gewünscht hätten, dass es eins gibt. Das war nicht durchzusetzen gegen Gewerkschaften. Und das heißt, sie müssen mit sehr vielen verschiedenen Playern auch umgehen, in beiden Fällen. Also ich denke von der Wirtschaftsseite her, ja, wie finanziert man das, was man finanzieren muss? Mehr Umverteilung vermutlich bei den Demokraten, aber vielleicht mehr Steuerentlastung bei der Wirtschaft. Interessanterweise kann beides zu Effekten führen, die trotzdem dazu führen, dass Menschen mehr Geld haben. Also ich sehe es wirklich sehr differenziert und meine Befürchtung per se ist, es wird sowieso nichts Großes passieren, weil man sich gegenseitig in den Häusern blockiert. Ja, gleichzeitig ist es ja sozusagen ein ziemlich schwieriger Zustand der Gesellschaft, um das auch noch mal kurz reinzubringen in den USA. Und es ist schon eine Weile her, dass ich mal bei Esra Klein einen Podcast gehört habe, da war dann irgendwie die Aussage so nach dem Motto, ja, wir können jetzt hoffen, dass mit weiteren Entwicklungen irgendwie, dass mit der Demokratie noch gerettet wird. Aber die Frage ist, wie viel dann davon noch übrig ist. Und das klingt so ein bisschen, Andreas Audritsch hat eben ausgeführt, was alles für positive Dinge jetzt von der beiden Administrationen auf den Weg gebracht wurden. Aber das zahlt sich noch nicht aus. Kommt das eigentlich rechtzeitig sozusagen, um noch eine positive Perspektive zu haben? Und was kann davon unter der jeweiligen Präsidentschaft, Trump oder Harris sozusagen, was kann davon überhaupt noch eine Rolle spielen? Wir haben eben schon festgestellt, vieles wird vielleicht nicht so einfach wegzukriegen sein. Aber was sind vielleicht die Punkte, die jetzt unter Harris oder unter Trump eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln, um es mal bei beiden offen zu fragen? Also ich will vielleicht, ich will es vielleicht mal anders anfangen. Ich würde ein bisschen, wir haben ja jetzt so ein bisschen so implizit, vielleicht wollten sie es gar nicht sagen, aber so ein bisschen gesagt, oh, it doesn't really make a difference, wer da jetzt gewinnt. Also den Eindruck, glaube ich, sollten wir nicht kolportieren. Das macht einen Riesenunterschied. Also die Programme, auch die wirtschaftlichen Programme, sind schon sehr unterschiedlich. Ich stimme zu, dass anders als in Deutschland, wo Staatsschulden kein Problem sind zurzeit, in den USA Staatsschulden schon ein Problem sind und dementsprechend die Handlungsspielräume für beide Administrationen eingeschränkt sind. Auf der anderen Seite ist das System eben so politisch dysfunktional und die Staatsschuldentrajektorie in den USA, wenn es keine Politikänderung gibt, ist in der Tat explodierend, anders als in Deutschland. In Deutschland trumpfen die Staatsschulden, wenn es keine Politikänderung gibt, was ziemlich absurd ist. Aber in den USA ist es wirklich, gehen wir auf einen Pfad, der nicht mehr tragfähig ist, wenn es keine Politikänderung gibt. Und in diesem blockierten System ist es durchaus eine reale Gefahr, sodass irgendwann die internationalen Finanzmärkte durchaus sagen können, nee, wir finanzieren das nicht mehr. Auf der anderen Seite, wo sollen sie denn hingehen? Nach China können sie auch nicht hingehen. Und die Europäer haben sich ja entschieden, wegen Christian Lindner keine Schulden zu machen. Also wo sollen sie hingehen? Nicht die Europäer haben sich das entschieden. Christian Lindner hat Deutschland entscheidet das für Europa. Also genau. Alle anderen in Europa würden sich wünschen, dass Deutschland nicht mehr ausgehen. Ja, ja, wie gesagt, schon klar. Also das schränkt ein. Aber man soll jetzt nicht so tun, als ob es keinen Unterschied gäbe. Also das wirtschaftspolitische Programm von Trump heißt Zöller. Wenn immer er gefragt wird, ja, wie finanzierst du das jetzt? Zöller und die Ausländer bezahlen das. Was natürlich völlig absurd ist. Es hat keine wirtschaftswissenschaftliche Theorie und Empirie, bergt das ab sozusagen. Das ist also völliger Quatsch. Aber wenn er tatsächlich durchzieht, jetzt kann man immer sagen, ach, der meint das nicht so. Nee, aber manchmal meint das dann eben doch so. Also ich würde davor warnen, ja, ist, und insofern würde ich auch nicht sagen, dass man jetzt sagt, die vier Jahre Trump 1 haben wir auch gut rumgekriegt, wird es doch nicht so schlimm werden. Glaube ich überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Situation. Trump hat, war in der ersten Legislaturperiode von ihm, war er überrascht. Er dachte ja nie, dass er überhaupt drankommt. Ja, das heißt, er musste seine Leute letztlich von den klassischen, vernünftigen Republikanern mehrheitlich nehmen. Die hat er dann zwar irgendwann alle rausgeschmissen, aber als er die dann alle rausgeschmissen hatte, waren auch die vier Jahre zu Ende. Diesmal sind die vorbereitet. Und da sind jetzt wirklich nur noch Trump-Loyalisten. Da gibt es keine vernünftigen Leute. Da gibt es keine Erwachsene im Raum mehr. Das muss man sich klar machen. Schon aus dem Grund wird es eine ganz andere Administration werden. Das werden wir in der Demokratiepolitik als erstes sehen. Wir werden es aber auch in der Wirtschaftspolitik sehen. Und wenn er wirklich das macht, was er vorhat, nämlich mit diesen Zöllen, dann bedeutet das letztlich eine Riesenerhöhung für die Lebenshaltungskosten der durchschnittlichen Amerikaner. Das ist also völlig richtig, was die Harris-Administration sagt, dass es im Grunde nur eine Verbrauchsteuer ist, was er da macht. Und er wird die amerikanische Wirtschaft durchruinieren. Also die Tatsache, dass Harris auch protektionistische Impulse hat, sie aber balancet gegenüber anderen Überlegungen, die Trump diese Balance eben nicht hat, das ist ein so ein Punkt, wo man sich wirklich klar machen muss, dass es hier wirklich um was geht. Also es ist nicht so egal, wer da jetzt gewinnt. Und wie gesagt, Harris hat ein detailliertes wirtschaftspolitisches Programm vorgelegt, im Gegensatz zu Trump. Da kann man Einzelpunkte kritisieren, aber ich denke auch, es ist ein insgesamt vernünftiges Programm, ein ausgewogenes Programm. Nun muss man halt auch sagen, die Demokraten, wie immer, sind ganz schlecht, was das angeht, in der Kampagne. Es kennt keiner dieses Programm. Es kennt nur ein paar, und Fox, es gab ja dieses berühmte Interview mit Harris, so nach dem Motto, was ist denn jetzt Ihr wirtschaftspolitisches Programm? Da sagt sie, gehen Sie mal auf unsere Website, können Sie nachlesen. Das ist auch ein bisschen, da wünscht man sich Herrn Outrechts Energie, das Ganze dann auch mal ein bisschen zu verkaufen. Das hat sie bisher noch nicht wirklich geschafft. Also insofern, es macht einen großen Unterschied, wirtschaftspolitisch, wie gesagt, demokratiepolitisch und außenpolitisch sowieso. Man sollte das nicht so verharmlosen. Diese Trump-2-Administration, sollte sie denn kommen, wird ganz anders werden, viel schlimmer auch für Europa werden. Und Sie haben mich ja irgendwann mal gefragt, um das noch loszuwerden, wie kann man sich darauf vorbereiten in Deutschland? Kann ich nur sagen, das Rüstungsbudget, so weit erhöhen, wie es nur irgendwie geht. Ja, die Frage muss ich gleich weitergeben, Andreas Outrechts, weil also keine Erwachsenen mehr im Raum, ist natürlich wirklich schon eine schwierige Perspektive. Und wenn man mal ehrlich ist, bei der letzten Trump-Präsidentschaft sind wir da ziemlich reingetaumelt. und die Frage stellt sich natürlich schon, auch angesichts der Tatsache, dass es ein ziemlich offenes Spiel immer noch ist, für den 11. November. Entschuldigung, 5. November, ich bin schon beim Karneval. Karneval ist zum 11. Dauern. Also sind wir darauf ordentlich vorbereitet, besser vorbereitet als beim letzten Mal? Sind die Lehren daraus zumindest gezogen worden? Also wahrscheinlich sind wir tatsächlich, und nicht nur wir, sondern auch die USA reingetaumelt 2016. Und wenn man sich anschaut, was seitdem passiert ist, dann ist das jede Menge. Also der Versuch, auf der einen Seite eine andere Wirtschaftspolitik zu machen und gleichzeitig die Demokratie in den USA zu retten, ist etwas, was um diese Zeit auch 2016 begonnen hat. Und es lohnt sich, das mal ganz intensiv sich anzuschauen. Es gab viele auch progressive Kreise in New York, an anderen Orten der USA, die die Frage begonnen haben zu stellen, was ist denn das, was wir brauchen, dass es am Ende gut wird. Also nicht mehr die Frage zu stellen, wie viel haben wir davon, welches Gesetz oder ähnliches, sondern was brauchen wir am Ende. Und man hat angefangen aufzubauen, eine ganze Systematik davon, wie man die Infrastruktur auf Vordermann bringt, wie man in den USA insgesamt etwas Positives in die Gesellschaft tragen kann, was angenommen werden kann. Das hat dazu geführt, dass man lange Listen gemacht hat, sich angeguckt hat, wie viele Investitionsnotwendigkeiten, alles, was damit zusammenhängt und über einen progressiven Zusammenhang einen Green New Deal entwickelt hat, am Ende mit Bernie Sanders und anderen, das langsam in die Mitte der Partei bewegt hat, bis es am Ende von einem wirklich mittigen Demokraten, nämlich Joe Biden, in Teilen aufgenommen wurde und zu einem großen Programm wurde. Deswegen ist es, glaube ich, eine substanzielle Unterscheidung in der Frage, wer diese Wahl gewinnt und was am Ende passiert, weil wir über die letzten Jahre gesehen haben, dass man sehr, sehr andere Politik in den USA umsetzen kann, im Versuch, Wirtschaftspolitik zu betreiben und gleichzeitig die Demokratie zu retten. So muss man das sagen. Das, was davor passiert war, war etwas, was die Menschen weggetrieben hat von demokratischer Politik. Und diese, Sie hatten es gerade gesagt, dieses Feindbilder schaffen. Wir sehen das in Deutschland. Wir sehen das aller Orten. Gerechtigkeit wird diskutiert in einem Dreieck aus Bürgergeld, Geflüchtete, untere Lohngruppen. Und alle werden gegen alle ausgespielt. Immer im Kreis und immer wieder im Kreis. Und es wird immer tiefer eingetrieben und immer tiefer den Menschen eingeredet, dass da das Problem dieser Gesellschaft liegt. Da, wo diejenigen, die es sowieso am schwersten haben, aufeinandertreffen. Das ist die Situation, die in den USA immer, immer weiter vorangetrieben wurde und die so eine Gesellschaft von innen kaputt macht und von innen zerstört. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass das, was in den letzten Jahren passiert in den USA, der Versuch war, das nach und nach wieder zu drehen. Ob es rechtzeitig kam, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Für uns auf der anderen Seite heißt das, egal, ehrlich gesagt, am Ende bis zu einem gewissen Grad, wer kommt. Das ist die Frage, ob es einen krassen Unterschied macht oder ob es einen kleinen Unterschied macht. Aber es wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir Dinge verändern müssen. ist, dass wir sehen und schon jetzt sehen, dass wir uns befinden in einem Machtkampf der großen quasi Kontinente, Teile dieser Welt. Das heißt, China investiert Milliarden über Milliarden, hemmungslos, Billionen in alles, was an neuen Technologien, an grünen Technologien da ist. Und denen geht es nicht um Grün im Zweifel, sondern denen geht es im Zweifel um Technologieführerschaft und Machtführerschaft am Ende im 21. Jahrhundert. Gleichzeitig tun das die USA, nämlich indem sie sowas wie Solarpanele komplett raushalten aus den USA, weil sie sagen, dort wird das von Uiguren hergestellt. Wir haben ein Menschenrechtsgesetz, was aber genutzt wird, dazu protektionistisch zu agieren. Das heißt, die ganzen Solarpanele werden zu uns reingeschwemmt und machen es hier fast unmöglich, Solarpanele zu produzieren. Die Industrie ist so kurz vor Tod. Wir haben Mayer-Burger noch in Bitterfeld-Wolfen, ein paar andere Ansätze. Aber da erkennt man den Machtkampf in einer Branche, auf den wir uns einstellen müssen. Das wird das Gleiche bei der Autoindustrie sein. Wenn wir nicht bereit sind, in diese Auseinandersetzung mit Härte reinzugehen, mit auch der Überzeugung reinzugehen, dass wir Jobs hier halten wollen, dass wir wollen, dass das Zeug hier produziert wird, dass wir die Technologie hier produzieren, dann kostet das aber was. Dann wird das nicht umsonst gehen am Ende. Dann werden wir in dieser Auseinandersetzung zwischen einer US-Politik, die massiv auf die eigenen Bedürfnisse ausgelegt ist, einer Politik in China, die dort auf die eigenen Bedürfnisse ausgelegt ist und einer Politik in Europa, die am Ende die Hände nach oben streckt und sagt, wir können eigentlich gar nichts machen, der Markt regelt das. Das ist naiv. Das ist so naiv, dass ich manchmal davorstehe und verzweifle daran, weil ich glaube, wir müssen endlich uns gewahr werden dessen, was in den nächsten Jahren auf uns wartet. Also nur ein Punkt. Ja, bitte, Frau Mende. Aber all das spricht dafür, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Wir haben die Wahl in zwei Wochen. Egal, wie sie ausgeht, wenn wir jemanden haben, der dann sagt, er erhöht die Zölle um 100, 200, 2000 Prozent, bloß wissen Sie, das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, das wird er nicht tun, weil er ist schlau genug zu wissen, was das denn auch anrichten kann mit der amerikanischen Wirtschaft. Aber nichtsdestotrotz, nun nehmen wir an, er tut sowas, ja, dann weiß keiner in Europa oder in Deutschland, was wir damit, was wir da tun sollen. Glaube ich nicht. Weil, weil sie können mit jemandem, der so disruptiv gegen oder ohne Regeln spielt, können sie natürlich kaum reagieren, weil wir keine Regeln dafür haben können. Darf ich es an... Wie crazy er ist, hat er ja schon mit der de facto Infragestellung der NATO-Schutzklauseln sozusagen in den Raum gestellt? nur um das nochmal wieder... Das heißt nicht, dass ich nicht sage, wir müssen in Europa investieren, in neue Technologien, das ist überhaupt keine Frage. Und möglichst auch mit einer Stimme und möglichst stark sein, ja. Das ist das einzige Mittel, wie wir in diese Zukunft gehen können, die Sie eben geschildert haben, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber eine Reaktion auf Menschen, und das sind ja häufig einzelne Menschen, die sich nicht an Regeln halten, können sie in einem regulierten System natürlich schwer tun. Und darauf kann man sich dann schwer vorbereiten. Darf ich es an einem plastischen Beispiel machen, was Resilienz bedeuten kann in der Konsequenz? Wir haben jetzt zwei Winter hinter uns, in denen wir nicht sicher wissen, ob wir diese Gesellschaft mit Antibiotika, Hustensaft für Kinder versorgen können. Das ist das Level, auf dem wir diskutieren. Und es wurde ein Gesetz gemacht dazu, dass wir hier höhere Preise zahlen, dass wir mehr von diesem Antibiotika-Saft für Kinder quasi dann hier importieren können. Gleichzeitig ist das ein Zeichen dafür, was passiert, wenn globale Machtkämpfe im Zweifel ausgespielt werden. Eine chinesische Regierung wird sich niemals hinstellen vor die Kameras und sagen, wir sind jetzt im Wirtschaftskrieg mit Deutschland und deswegen kommt das nicht mehr. Aber das Schiff, was bestimmte Rohstoffe bringt, wird abdrehen. Und es wird einfach nicht mehr in Rotterdam anlanden. Es wird einfach nicht mehr im Hamburger Hafen anlanden. Die Rohstoffe werden nicht da sein, die wir brauchen, um bestimmte Produktionen zu machen. Die Autoindustrie ist angewiesen auf Vorprodukte, auf Rohstoffe, die aus China kommen. Wir können das durchgehen. Wir sind in einer Form abhängig, dass wir, wenn diese Dinge quasi sich hochdrehen über die nächsten Jahre und wir sehen es beim Chips Act. Die USA geht massiv mit dem Chips Act gegen China vor, um zu verhindern, dass bestimmte Produktion von Chips dort passieren soll. Das hat exterritoriale Auswirkungen. ASML, ein großes Unternehmen aus den Niederlanden, hat dezidierte Probleme damit, mit China Handel zu treiben, weil es unter diesen Vorkehrungen aus den USA leidet. Das heißt, bei den Rohstoffen, bei der Frage nach der Produktion bestimmter technischer Grundbedürfnisse, die wir haben, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Und drittens, bei so ganz plastischen Fragen wie Hustensaft für Kinder im Winter sind wir nicht aufgestellt in einer Form, dass wir so resilient wären, dass wir im Zweifel kontern könnten. Daran müssen wir arbeiten. Auch bei Rohstoffen, bei seltenen Erden, 98 Prozent Abhängigkeit, Franziska Brandner meinte, es braucht zehn Jahre. Das heißt, da sind wir nicht vorbereitet, aber der Punkt, den wir, die Frage, die wir ja haben, ist, sind wir vorbereitet auf eine disruptive Politik noch zusätzlich? Also das eine sind die Abhängigkeiten, die wir beseitigen müssen, das andere sind die Themen, wie gehen wir um mit Menschen, die nach anderen Regeln spielen, als wir denken, wie die Regeln sein sollten und die wir früher auch hatten mit einer WTO und wie auch immer? Die Antwort kann, denke ich, nur sein, ist auch wieder Resilienz. Denn letztlich ist eine disruptive Politik, die muss man letztlich als Zufall spielen. Das ist halt wie ein Schock, genauso wie ein Wetterereignis. So muss man Trump nehmen und dann muss man ihn entsprechend, das hilft nur Resilienz. Ich würde aber noch einen Punkt machen. Insofern, ich stimme mit vielem über ein, was Herr Outretsch gesagt hat, aber, und wir werden diese Fragen stellen müssen, genau welche Produkte, welche Industrien, muss zumindest Europa, muss ja nicht auch immer dann alles in Deutschland sein und das reicht ja Europa, gehen wir mal davon aus, dass die Europäische Gemeinschaft oder Union das Ganze überlebt, als Freundschaftsbündnis. Aber das scheint der entscheidende springende Punkt zu sein. Weil wenn wir über diese Herausforderung reden, in dieser Massivität, man kann ja sagen, die ersten Erfolge wurden ja durch die Europäische Kommission von allein jetzt zuletzt erzielt. Aber die Frage ist, wie stark ist das eigentlich, wie stark hält das, dass wir wissen, dass wir diese Rücklage, in der wir uns befinden, eigentlich nur aufholen können, wenn wir eine starke europäische gemeinsame Beschaffungs- und Souveränitätspolitik an der Stelle... Aber das kann niemand vorhersagen, denn das muss ja erst gestresstest werden, ob diese Solidarität in Europa tatsächlich da ist. Und da darf man ein Fragezeichen haben, zum Beispiel, was die Solidarität mit der Ukraine angeht. Da haben wir das ja schon mal so ein bisschen durchexerziert. Da sind wir ja als Westeuropäer, würde ich sagen, nur bedingt solidarisch mit den Osteuropäern. Und dann haben wir natürlich noch so ganz verrückte Akteure wie Orban und so, über denen wir... Indem die EU zum Beispiel noch nicht wirklich eine Handhabe gefunden hat. Was macht der eigentlich noch in der EU, könnte man mal fragen. Stichwort der Akteure. Genau, ich wollte aber nochmal einen anderen Punkt machen. Man muss sich... Man wird diese geoökonomischen, geostrategischen Entscheidungen treffen müssen, die dann auch was kosten. Da stimme ich völlig ein. Und diese Kosten muss man dann politisch verkaufen, aber die sind unvermeidbar. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht jeden Sektor Struktur konserviert. Also ich würde da zum Beispiel unterscheiden wollen zwischen dem Automobilsektor, der nach wie vor ein Hochtechnologie-Sektor ist. Ich würde auch sagen, bei der Arzneimittelversorgung braucht man Resilienz. Bei den Solarpanelen bin ich nicht bei Ihnen. Das ist letztlich ein Massenprodukt. Ist kein Hochtechnologie-Produkt, mehr ist ein Massenprodukt. Das können andere Länder gut fertigen. Das werden uns auch die USA im Zweifel liefern. Trump wird ja nicht Exporte beschränken gegen uns, sondern der will ja was verkaufen. Im Gegenteil, also das kriegen wir aus den USA. Das werden wir zukünftig aus Brasilien, aus Indien kriegen. Es werden viele Länder auf der Welt Solarpaneele herstellen. Insofern müssen wir das diversifizieren. Das ist richtig. Aber das brauchen wir wirklich nicht selber machen. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefallen. Man muss sich sehr genau angucken, um welche Branchen sich da handelt, wie viel einerseits Technologieführerschaft steckt da noch drin in diesen Branchen und Technologie-Zukunft steckt da noch drin und wie viel ist relevant für nationale Sicherheit. Also beim Auto ist es zum Beispiel beides. Ich möchte nicht in einem Auto fahren, wo der chinesische Geheimdienst mit einem Knopfdruck quasi die Bremsen ausstellen kann. So wie der israelische Geheimdienst mit den Pagern. Ja, zum Beispiel. Genau, also das muss man insofern würde ich da dazuzählen. Wie gesagt, bei den Solarpanelen, das würde ich jetzt nicht, im allerschlimmsten Fall haben wir dann halt fünf Jahre mal keine neuen Solarpanelen mehr. Ist nicht gut für die Klimatransformation, macht den Bock aber am Ende nicht fett. Das kann man anders lösen. Aber wie gesagt, da muss man dann Entscheidungen treffen politischerseits. Das wird dreckig werden. Da wird man Fehlentscheidungen treffen und das muss man halt politisch aushalten können. Aber nur so geht Resilienz. Aber da würde ich mal einmal einhaken und nochmal an Sie zurückgeben, Frau Mende, weil das ist ja wirklich eine Frage in den letzten Jahren jetzt jüngst, war das ja super attraktiv jetzt, egal ob jetzt berechtigt oder nur als Versprechen in die USA zu gehen. Firmen haben da sozusagen ihre Richtung klar dahin ausgerichtet und das waren Investitionen und Neuansiedlungen. Die Frage stellt sich ja jetzt noch ein bisschen, bleibt das jetzt eigentlich so oder ändert sich da nochmal was? Was heißt das für uns? Also wenn man jetzt vielleicht auch auf diese Frage, wo konzentriert man sich jetzt drauf, haben wir da eine Chance an manchen Punkten reinzugehen? Also es ist ja schon seit Jahrzehnten so, dass deutsche Unternehmen in den USA, in China und wo auch immer investieren. Es investieren auch amerikanische Unternehmen hier. Wir haben einige gesehen in diesem Jahr, Gott sei Dank. Und die unternehmerische Entscheidung ist, habe ich da einen Markt und wie kann ich produzieren? Habe ich die Fachkräfte? Wie sind die Regeln? Wie hoch sind die Steuern? Wie hoch ist die Energie? Also unsere Mitglieder, wenn wir die befragen, die sagen bei Energiekosten und Steuern natürlich immer, die sind zu hoch. Das sagen sie seit Jahren. Was mich besorgt macht, das ist sowohl für USA als auch für Deutschland gültig, ist, dass Unternehmen Angst haben, Investitionen zu tätigen, weil sie glauben, dass die Regeln nicht langfristig halten. Ich nehme natürlich jetzt nur 10 Millionen oder auch 50 in die Hand, wenn ich weiß, dass ich in drei Jahren immer noch mit Biomasse was tun kann. Wenn ich das nicht weiß, weil da ein Fragezeichen ist und könnte auch anders sein, dann werde ich das nicht tun. Und das ist so ein Punkt, den wird man sich in den USA angucken und da kann ich auch nur noch mal wieder sagen, da spielen die Bundesstaaten auch eine riesige Rolle. Also da haben die Unternehmen Kontakte zu den Gouverneuren und zu den Menschen vor Ort und da ist sehr häufig völlig unabhängig, welches Parteibuch da ist, die wollen Arbeitsplätze dort haben und die machen dann Sachen möglich, die im Zweifelsfall in Washington nicht nötig waren. Oder als Trump gesagt hat, wir gehen raus aus Klima, dann gab es eine Union von Bundesstaaten, die gesagt haben, aber wir bleiben drin. Und das ist eben auch wichtig zu wissen und das ist das, was Unternehmen dann bewegt und weshalb sie dann Investitionen machen. Und im Übrigen amerikanische Unternehmen hier in Deutschland natürlich auch. Die gucken sich auch an, okay, gehe ich nach Schleswig-Holstein, weil ich da günstige Strompreise habe oder gehe ich nach Bayern, weil ich die Nähe zur Automobilindustrie brauche oder wie auch immer. Und mich hat neulich jemand gefragt, also ob die Entscheidung jetzt von Intel, ob das damit zusammenhängt, dass wie hier gewählt wurde. Ich glaube, keiner würde Volkswagen die Frage stellen, welches Werk in den USA machen sie jetzt zu? Machen sie das zu in einem blauen oder in einem roten Staat? Das wird eine unternehmerische Entscheidung sein, wenn sie etwas machen. Und das ist selten politisch, weil die Unternehmen haben investiert über Jahre und wollen über Jahre da bleiben und wissen, dass es politische Wechsel gibt. Und die versuchen dann in dem Sinne, sich irgendwie resilient aufzustellen. Aber es gibt harte Standortfaktoren und das vielleicht nochmal, bevor wir in die Fragen reingehen an dich, Andreas, sozusagen Stichwort jetzt könnte sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Fenster auftun, wo wir dann auch im Wettbewerb sozusagen in Europa schauen können, auch mit unserer Resilienz neu anzusetzen. Was siehst du als die wichtigsten Voraussetzungen, dass man diese Unabhängigkeit von den, der Situation in den USA erreichen kann? Also ich sage, wir haben strukturelle Probleme. Ich versuche es zu kondensieren, um nicht zu lang zu werden. Und diese strukturellen Probleme sind nicht abschließend angegangen. Das hat was natürlich mit der ganzen Bürokratielast zu tun, die ist um vieles zu hoch. Also wir müssen runter mit der Bürokratie. Wir haben zum Zweiten ein großes Arbeitskräfte-Fachkräfte-Problem. Das wird dann übrigens doch auch zu einem politischen Problem. Ich war im Sommer eine Woche Brandenburg, eine Woche Thüringen, eine Woche Sachsen. Habe da sehr viele Unternehmen getroffen, dass die AfD dort abschneidet, wie sie abschneidet. So das eine ist das Wahlergebnis, aber wenn die Leute weggehen, ist eine andere Geschichte. Ist für die Frage, inwieweit man dort Fachkräfte kriegt, ist das ein Riesenthema für Unternehmen. Also Fachkräfte, Arbeitskräfte. Könnte ich jetzt lang Rentenübergang, Bürgergeld, Löhne, könnten wir in alles reingehen, aber diese Frage, Energiepreise bleibt ein ganz zentrales Thema, das anzugehen, wo wir die Situation haben, dass wir enorme Investitionsnotwendigkeiten haben, zum Beispiel in den Ausbau von Netzen, in den Hochlauf der erneuerbaren Energien, wo es sehr unklug wäre, dass wir das jetzt alles in der aktuellen Lage aufbürden, sondern wir müssen, glaube ich, entweder über Kredite oder sehr, sehr lange gestreckt in die Zukunft das machen, weil das jetzt eine einmalige Investition ist, das hochfahren zu lassen, dann sind die Erneuerbaren die günstigsten, aber über diese Hürde müssen wir als Thema, also beständig günstige Preise und dann würde ich teilen, was Frau Menne gesagt hat, wir müssen eine Sicherheit Unternehmen darin geben, was passiert und insofern ist es so maximal schädlich für Wirtschaft, wie wir Debatten führen über Zukunftstechnologien und über wirtschaftliche Entwicklung und das ist dezidiert keine parteipolitische Frage, weil ich sehr, sehr schätze, was Ursula von der Leyen tut. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste, auch Leute zu loben, die aus der CDU kommen, gute Dinge machen. Sie hat sich am Ende auch auf europäischer Ebene entschieden, nicht mit den Meloni-Leuten zu gehen, sondern mit uns zu gehen und zu sagen, wir setzen den Prozess hin zu einem Green New Deal, zu einer Veränderung zu Zukunftstechnologien fort. Das, was die Merz-CDU macht, nämlich jede einzelne Zukunftstechnologie zum Kulturkampf auszurufen, hat massive Folgen. Ich glaube, das ist denen manchmal gar nicht so bewusst, das, was in der Heizungsindustrie passiert. Ich bin nächste Woche oder übernächste wieder bei Stiebel Eltron und spreche sehr viel mit den Leuten. Die erzählen einem, was das bedeutet, wenn man Einbrüche hat, weil Leute nicht mehr an diese Technologie glauben. Die Autokonzerne, die sitzen bei mir im Büro, auf der Couch und sagen, bitte, Herr Audritsch, sorgen Sie dafür, dass wir den Pfad jetzt einhalten. Wir können nicht schon wieder in eine komplett neue Richtung. Wir haben uns voll darauf eingestellt, jetzt in eine Richtung zu gehen, nämlich erneuerbar, Elektromobilität, die Übergänge zu schaffen. Da sind Milliarden Investitionen, die getätigt sind. Wenn das alles hinfällig wird, dann machen wir das Schlimmste, was wir für die Wirtschaft in Deutschland tun könnten, nämlich diese Perspektiven kaputt. Und das ist das Gute, was auch in den USA passiert ist, nämlich es war erstens ein Commitment hin in Richtung Zukunftstechnologien. Es war zweitens der finanzielle Rahmen, um auf Beratersprech ein Business Case zu erzeugen. Also es hat plötzlich Sinn ergeben, in Batteriezellen zu investieren und es hatte die Glaubwürdigkeit, über eine gewisse Strecke zu gehen. Und plötzlich ist eins passiert, private Gelder sind in diese Technologien reingeflossen. Und dann beginnt diese Umstellung zu passieren. Und in Deutschland, in Europa müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Punkt kommen, mit dieser Art von Debatte jedes Mal dann, wenn wir nach vorne gehen, den Weg rückwärts wieder einzulegen. Weil das ist für den Klimaschutz das Schlechteste und das ist aber auch für die Wirtschaft das Schlechteste, was man tun kann. Genau, kann man auch mal applaudieren. Und wir schlagen jetzt den Weg ein zu den Fragen der Kollege Philipp Kedding, der mit seinem Team in die Veranstaltung hier vorbereitet hat. Der stellt uns jetzt die Fragen einmal vor, die reingekommen sind. Bitte. Ich versuche das mal ein bisschen zu sammeln. Es sind relativ viele Fragen zum Dreieck USA, Europa, China gekommen. Und die würde ich mal ein bisschen so zusammenfassen. Und ich bitte um kurze Antworten. Kann der Konflikt mit China die US-EU-Wirtschaftsbeziehungen eigentlich auch stärken? War eine Frage. Oder werden sich die USA stärker einmauern? Und ich würde das ganz gern gleich verbinden mit der Frage nach der NATO. Wie sehen Sie alle eigentlich die NATO-Beziehungen jetzt nach der Wahl sich entwickeln? Also nochmal zurück zu den geopolitischen Fragen. Frau Männe, wollen Sie einsteigen? Also China ist ein Riesenmarkt für Deutschland und für die deutsche Wirtschaft. Und wenn man den Markt ganz weglässt, dann wird das kaum einen positiven Effekt haben. Und wenn es tatsächlich diese Blockbildung geben sollte, dass gesagt wird, okay, die einen handeln nur mit denen, die anderen handeln nur mit denen, dann ist das grundsätzlich schlecht. Per se, wir als MCHAM sagen immer Freihandel. Der ist momentan überhaupt nicht opportun. Aber eigentlich prosperieren alle davon, wenn jeder mit jedem Handel treiben kann. Also von daher würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Zur NATO kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Jemand einsteigen? Herr Bachmann. Die Sicherheitsfragen haben Sie eben schon mit der Ukraine angesprochen. Ja, also ich würde das aufgreifen wollen zu dem ersten Punkt und sagen, können wir uns nicht so auch resilient vorbereiten, indem wir Freihandel mit anderen Regionen der Welt verstärkt vorantreiben. Also warum haben wir immer, glaube ich, noch das Abkommen mit Kanada noch nicht abgeschlossen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also ist es wirklich so, dass die EU nicht mal mit Kanada Freihandel treiben kann? Fragt man sich doch zum Beispiel, ja. Das Handelsabkommen mit Lateinamerika, ja. Wir müssen viel mehr in Afrika geostrategisch auftreten. Da gibt es nämlich eine Entwicklung, wenn man mit afrikanischen oder mit deutschen Diplomaten aus Afrika redet. In Afrika sind die Chinesen nicht mehr so beliebt, weil die haben zwar am Anfang Kredite gegeben und die haben auch nicht so auf Menschenrechte geachtet, aber die wollen, dass die Kredite auch zurückgezahlt werden mit hohen Zinsen, ja. Und da sind die afrikanischen Staaten, wenn die da mal ein Problem haben, diese Kredite zurückzuzahlen, da wird knallhart reagiert aus Peking. Vielleicht können wir da bessere Konditionen anbieten. Also mit anderen Worten, wir müssen einfach auch unsere Resilienz, um nicht in diese, zwischen diese Blöcke zu geraten, selbstbewusster mit anderen Regionen dieser Welt ausbauen. Und da hatte, finde ich, Olaf Scholz einen ganz guten Impetus am Anfang der Regierung, nämlich mit seiner Afrika-Initiative. Aber auch das ist ja schon wieder eingeschlafen, ja. Ich würde als EU, als EU mal eine Idee für die nächste Legislaturperiode, wir brauchen in der EU einen hohen Kommissar für die Afrika-Beziehung. Ja, das muss absolut zentral sein, die Beziehung der EU zu Afrika. Wie gesagt, Kanada, ich bin auch über die Atlantikbrücke sehr involviert mit den kanadischen Beziehungen. Die Kanadier gierenförmlich danach, gerade mit Deutschland gute Beziehungen zu haben. Da hat die Bundesregierung auch viel gemacht, muss man echt sagen. Aber das kann man noch ausbauen und sicher auch in Richtung Freihandel. Und was die NATO angeht, ja, dasselbe natürlich, wenn die Amerikaner ausfallen sollten, dann kann das ja nicht heißen, zu sagen, na, jetzt ist eh alles vorbei, dann unterwerfen wir uns Russland. Sondern wir müssen halt selber, die Europäer müssen dann selber dafür sorgen, dass die NATO eine glaubwürdige Abschreckung hinbekommt. Das wird extrem teuer werden, ja, und das wird kein Zuckerschlecken werden, aber ich sehe dazu, ehrlich gesagt, keine Alternative. Oder die Alternative ist halt, dass Westeuropa halt eine faktische Kolonie Russlands ist. Da kommen wir natürlich trotzdem zu einem Elefant im Raum, Andreas. Die Chinesen, über die wir hier jetzt sozusagen sehr viel reden, als sozusagen Kontrapol, haben sich natürlich mittlerweile ein starkes Netzwerk aufgebaut, mit den BRICS-Staaten, das auch immer weiter Zulauf erhält und auch in Lateinamerika und in Afrika, sage ich mal, mittlerweile so stark verankert ist, dass die Frage, ob so ein Afrika-Kommissar da noch irgendwie groß... Das hat sich nicht mit dem Kommissar getan, der muss dann auch was tun. Ja, ja, ja. Aber natürlich können Europäer... Sie müssen das Mikro nehmen, sonst würde das nicht funktionieren. Europäer können zum Beispiel andere Kreditbedingungen vergeben, wo man dann auch mal sagt, ja, wir stunden euch vielleicht einen Kredit, wenn ihr den jetzt nicht zurückzahlen könnt. Man, die Chinesen zurzeit nicht. Die sind richtig unbeliebt in Afrika. Allerdings sind es auch die einzigen, die dort sind, nach wie vor. Muss man sich klar machen. Und ich sage es nochmal trotzdem, das ist der Blick von außen, wenn man in diesen Ländern und in den Ländern des Südens sich umhört, dann sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Und ich glaube, diese Frage nach BRICS und der Konkurrenz, die da aufzieht, das ist ja größer als China. Ja, ist es. Wir haben ein kleines Dilemma auf der einen Seite, die Bitte ganz kurz zu antworten oder zu Riesenfragen. Entschuldigung, ich habe das gleich gesagt. Ich versuche es wirklich in Schlagworten. Ich habe in dieser Legislaturperiode mit FDP und SPD die Handelsagenda ausgehandelt, die aus meiner Sicht das erste Mal seit vielen, vielen Jahren Deutschland wieder eine handelspolitische Stimme gibt. Wir waren nämlich komplett blockiert über sehr, sehr viele Jahre. Das hat viel Kompromisse bedeutet, zum Beispiel die Ratifizierung von CETA, die wir in Deutschland gemacht haben, ist in Teilen der grünen Anhängerschaft auch nicht nur beliebt, um es mal freundlich zu sagen. So. Und gleichzeitig glaube ich, dass es absolut notwendig ist, dass wir mehr Handel und mehr gemeinsame Kooperationen hinkriegen mit ganz vielen Teilen der Welt, weil ja das, was du gesagt hast, nämlich, wenn wir das nicht machen, ist nicht, das der Fall, dass es da niemand macht, sondern China wird es tun und China wird es in ganz anderen Konstellationen tun und um es einmal aufzuschattieren, ich glaube, mit den USA wird man ein umfassendes Handelsabkommen nicht hinkriegen und auch auf längere Zeit nicht hinkriegen. TTIP ist tot, TTIP bleibt tot und das hört man auch aus dem Kongress dort. Das heißt, worum es geht, ist, dass man auf technischer Ebene Fortschritte macht. Da gibt es die entsprechenden Komitees, das heißt zum Beispiel Standardangleichungen, warum ist ein bestimmtes Produkt, eine Maschine hier zugelassen, in den USA aber nicht zugelassen, man muss alles doppelt machen. Also an diesen Stellen, an solchen Punkten kann man sehr gut zusammenkommen und Verbesserungen hinkriegen und das ist auch dringend notwendig. Das Zweite ist, wir müssen auf der globalen Ebene daran arbeiten und das habe ich in den ganzen Debatten um das Mercosur-Abkommen intensiv gemerkt, dass wir herausarbeiten, dass wir herausarbeiten, wie eine von Standards geprägte Politik so funktionieren kann, dass sie für die andere Seite von Vorteil ist. Das ist der Kern dessen, was man hinkriegen muss. Wir werden als Grüne kein Handelsabkommen im Sinne von Mercosur ratifizieren können, was nicht die Menschheitsfrage Rettung des Amazonas beinhaltet. Wir können nicht den Amazonas zerstören und gleichzeitig einfach Handelsabkommen machen, weil sie mit China diese geopolitische Frage beantworten. Aber was wir machen können und da haben wir sehr intensiv daran gearbeitet, ich war auch in der entsprechenden DG Trade, Generaldirektion in Brüssel und habe mit denen das durchdekliniert, dass wir uns überlegt haben, was ist denn das, was den Menschen im Amazonas so sehr nutzt, dass es einen positiven Effekt hat, dass ein Präsident Lula am Ende auch sagt, das ist etwas, was wir wollen, den Amazonas zu schützen und gleich, der musste das ja auch bei sich verkaufen und die haben historisch natürlich gelernt, dass sie sagen, nie wieder werden wir Standards umsetzen und Auflagen hinnehmen, die wir von Europa diktiert werden. Das ist eine lange Kolonialgeschichte, da liegt ganz, ganz viel Schmerz auch drin in dieser Frage und all das muss eingepreist sein, dass es funktioniert am Ende, da können wir uns nicht drüber hinwegsetzen, aber das eingepreist bin ich sehr dafür, dass wir intensiv daran arbeiten, diese ganzen Beziehungen zu vertiefen. Da müssen... Vielleicht noch eine Sache zu Ihnen, Herrn Albrecht. Europa hat einfach das interessantere Gesellschaftsmodell und wir müssen endlich das offensiver verkaufen. Die jungen Leute in Afrika träumen nicht davon, mal ein Auslandssemester oder einen Aufenthalt in Peking zu verbringen, da träumt keine Jugend der Welt davon, okay? Aber die wollen nach London, Paris und Berlin und vielleicht wollen sie noch nach New York und Washington, aber wenn Trump den Bruttofaschismus einführt, wollen die da auch nicht mehr hin. Das ist die Stärke Europas und dann kommen wir auch wieder zu Afrika, dann stimmt es auch wieder mit anderen Beziehungen, wenn man das nämlich wirklich nach Afrika und Lateinamerika geht, nicht mehr mit dem Blick des Kolonialherrn, sondern ganz klar sagt auf gleicher Augenhöhe, wir brauchen euch, ihr liefert uns seltene Erden, ihr könnt uns liefern grüne Energie, wir brauchen was von euch, wir brauchen vielleicht auch zum Teil in bestimmten Teilen euer Humankapital, wir haben aber auch Dinge an euch zu liefern und insofern, wenn man das wirklich schafft, diese Beziehungen auf gleicher Augenhöhe und gleichzeitig sozusagen die Attraktivität der europäischen Kultur, des Kulturmodells wieder sozusagen nach außen projiziert, glaube ich, bekommt man auch da bessere Beziehungen hin. Jetzt bin ich gereizt, also ich wollte jetzt eigentlich direkt an dich zurückgeben, Philipp, aber jetzt bin ich gereizt, doch noch mal eine Frage an Simone Mendewer zu geben, weil wer, gibt es sozusagen Akteure in der Wirtschaft, in der Industrie, die eine solche Handelspolitik, wie sie hier gerade skizziert wird, von der Europäischen Union und von ihren Mitgliedstaaten einfordern, aktiv, also eine, die auf Augenhöhe sozusagen versucht, diese, ja, postkolonialistische Thematik zu adressieren, um da eben wirklich eine Partnerschaft aufzubauen mit dem globalen Süden, die damit den Chinesen Konkurrenz macht und eine, die auf Werte, also Lebensgefühl und Freiheit und so weiter ersetzt und nicht nur auf den Benefit von Common Trade? Also natürlich gibt es das. Also es gibt genug Unternehmen, wo sie auch wirklich sehen können, okay, in welcher Form treiben die Handel, wie sieht die Supply Chain aus, auch schon vor dem Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz, genau. Und der Richtlinie, der EU-Richtlinie. Sie, es sind, Sie können nicht sagen, das ist eine ganze Branche oder eine ganze Industrie, aber die meisten Unternehmer sehen schon ein, dass sie auch mehr davon haben, wenn sie partnerschaftlich mit dem Land arbeiten, in dem sie dann tätig sind. Und das hat, also ich war ja ganz früher mal bei Lufthansa, das hat mit China eigentlich super gut funktioniert. Aber dann ist es gekippt. Also von daher, das gibt es natürlich. Und also es ist nicht so und das wird noch viel weniger werden mit dem CSRD, also mit der Berichtspflicht über Nachhaltigkeit, die ja auch soziale Nachhaltigkeit betrifft, dass Firmen das verstecken können. Und die meisten, das sind Menschen, die haben Kinder, die haben auch Werte. Super, also Common Ground, da hoffen wir drauf. Jetzt back to you, Philipp. Ja, wir waren ja eben jetzt schon viel wieder bei diesen EU-USA-China-Beziehungen. Herr Autrich, Sie haben eben einmal so groß die Großwetterlage skizziert, wie China das eigentlich mit der Industriepolitik macht, wie die USA das machen. Und es kam noch mal die Frage auf, wie soll denn jetzt konkret eine europäische Industriepolitik aussehen, die dazwischen nicht zerrieben wird. Also viel Geld in die Hand nehmen, da waren sich bisher alle einig, aber was heißt das dann eigentlich? Wie sollte dieses Geld eingesetzt werden, um neben diesen beiden Schwergewichten zu bestehen? Andreas. Also, ich wiederhole nicht nochmal die strukturellen Fragen, die hatte ich gerade beschrieben. und auf dieser konkreten Frage von auf der einen Seite Unterstützung für die Wirtschaft in Europa und auf der anderen Seite die Unterstützung, die auf der anderen Seite von China getätigt wird, da muss man eine Balance schaffen. Dieses alte, tausendmal erwähnte Level-Playing-Field, auf dem dann die Möglichkeit besteht, auch erfolgreich Wirtschaft zu betreiben, besteht im Moment nicht. China subventioniert massiv, China macht Auflagen deutschen Unternehmen, die dort produzieren, China stellt kostenfrei Geländeflächen zur Verfügung, China subventioniert den Export und so weiter. Man kann das alles durchgehen und insofern ist sozusagen der Versuch, eine Vergleichbarkeit herzustellen, nicht gegeben. Und wenn hier sozusagen immer wieder der Versuch gemacht wird, zu sagen, das muss marktwirtschaftlich ablaufen, ignoriert ist, dass wir insgesamt nicht in einem Umfeld sind, wo das marktwirtschaftlich ablaufen würde, sondern es eben eine Machtpolitik Chinas gibt. Insofern gibt es zwei Varianten. Das eine ist auf der einen Seite handelspolitische Instrumente zu nutzen. Das ist das, was in der Automobilindustrie auf europäischer Ebene gerade diskutiert wird, nämlich Zölle zu erheben. Da hat die Europäische Union nicht one size fits all einfach mal über die ganze Branche hinweg Zölle ausgekippt, sondern die sind sehr genau hingegangen und hat gesagt, welche Vorteile haben welche Autokonzerne in China ganz dezidiert auch unterschiedlich auf die verschiedenen Unternehmen bezogen und hat darauf aufbauend sozusagen Zölle in den Raum gestellt, die auch unterschiedlich sind, die das versuchen zu kontern, um wieder ein Level-Playing-Field herzustellen. Das ist die eine Variante. Und jetzt sind wir in der Frage, wird es eine Verhandlungslösung geben? Deswegen ist es so schädlich aus meiner Sicht, dass Deutschland der Kommission den Rücken nicht gestärkt hat, sondern Olaf Scholz ausgeschert ist und gedacht hat, sein Süppchen in Deutschland kochen zu können, um den Arbeitern bei VW zu erzählen, dass man an ihrer Seite ist. Das ist eine derartig interne Logik, die überhaupt nicht umreißt, was die globalen Zusammenhänge aus meiner Sicht gerade sind. Eigentlich brauchen wir eine starke Kommission, die in die Verhandlungen geht und so sagt, lasst uns ein Level-Playing-Field herstellen zwischen China und Europa. Und die zweite Variante ist, wenn man nicht über Zölle versuchen will, quasi in die Konkurrenz mit China zu gehen, muss man auf der anderen Seite das Level-Playing-Field herstellen, indem man deutsche und europäische Unternehmen entsprechend unterstützt. Das kann man zum Beispiel machen über Tax-Credits, so wie das in den USA gewesen ist oder immer noch läuft. Wir haben versucht, das im Wachstumschancengesetz, um es genau zu machen, hatten wir das drin. Da war das im Bundestag alles auch schon verabschiedet. Ich habe die Bundesratsverhandlungen mit den Finanzministern der Länder geführt und es ist so, wie es ist. Es ist am Ende daran gescheitert, dass die Landesfinanzminister gesagt haben, das können ihre Steuerbehörden nicht administrieren. So, dann ist es rausgekickt worden am Ende. Wir haben es jetzt wieder drin in einem Gesetz und eigentlich müssen wir bei der Frage, wie kann man gezielt über Steuer, also über Tax-Credits, Unternehmen im Zweifel auch Unterstützung zukommen lassen, zielgerichtet für Zukunftstechnologien in den Märkten, die eben so umkämpft sind, ist eine Frage, die man zu Ende deklinieren muss. Bräuchte eigentlich eine Vertragsänderung in den europäischen Verträgen, das europäisch zu machen. Ja, das stimmt. Wir haben im Moment Öffnungsklauseln, die das noch möglich machen. Die schließen sich irgendwann, die sind zeitlich begrenzt. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann nochmal wieder verlängert werden, je nachdem, wie die Lage ist. Und ich teile auch, dass wir eigentlich eine europäische Antwort auf diese ganze Frage brauchen. Da sind wir an einer insofern schwierigen Situation, als dass wir vor einem Jahr ungefähr das Urteil des Bundesverfassungsgericht hatten zu Next Generation EU. Das war das erste Mal, dass auf europäischer Ebene die Möglichkeit gegeben war, dort Kredite aufzunehmen, um dann gemeinschaftliche Investitionsprogramme auf den Weg bringen zu können. Das war beklagt von Bernd Lucke und anderen in Deutschland. Ich war in Karlsruhe, als die Verhandlung lief und habe das sehr intensiv verfolgt, weil darin sich entscheidet, ob wir die Möglichkeit kriegen, große europäische Investitionsprogramme auf den Weg zu bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Spalt offen gelassen. Man kann das machen, man muss es sehr gut definieren. Ich wäre sehr dafür, uns in diese Richtung auch zu entwickeln. Herr Bachmann? Naja, also dass die Länderbehörden, für Länderfinanzbehörden das nicht können, ist eben auch ein Ausdruck der, ja, der Dysfunktionalität von Institutionen in Deutschland. Es ist natürlich ein Unding, dass sie das nicht können oder angeblich nicht können. Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es glaubwürdig ist. Aber das geht so nicht. Ja, also da sieht man auch, Herr Autritsch hat ja so ein andere, sozusagen strukturelle Probleme angedeutet, was er jetzt nicht so genannt ist, also Arbeitsplätze und so weiter oder beziehungsweise Arbeitskräfte Mangel. Die anderen beiden Themen sind Bildung. Da gab es, wenn wir uns alle erinnern, mal einen PISA-Schock, da haben wir ein bisschen was gemacht. Es gibt ständig, fast jedes Mal einen PISA-Schock. Es interessiert nur keine Sau mehr, ja. Erster Punkt. Der zweite Punkt, der eben auch zu dieser Dysfunktionalität in Deutschland oder zu diesen strukturellen Problemen gehört, ist eben die Staatskapazität im Allgemeinen, beziehungsweise die Beziehung von Bund- und Länderbeziehungen, was das für Staatskapazitäten bedeutet. Die Unfähigkeit der Länderfinanzbehörden, diese in Taxcredits auszuzahlen, ist ein ganz, ganz sehr prominentes Beispiel für die Staatsunfähigkeit in Deutschland. Ich meine, man hat noch dringend behoben werden müssen. Aber jetzt noch ganz kurz zur eigentlichen Frage. Ich würde da zweigleisig fahren. Ich würde sagen, als Europa, die Regionen der Welt, die fair mit uns spielen wollen, da haben wir im Prinzip, da lassen wir den Markt das regeln. Da machen wir Freihandel und da machen wir Markt. Das heißt übrigens umgekehrt auch, dass Afrika ganz anderen Zugang zu unseren Märkten hat, den wir denen ja auch nicht geben wollen. Wir sind ja auch sehr protektionistisch, was geht. Also wenn die dann wirklich mitmachen wollen. Und anderen Spielern, es gibt ja sozusagen in der Theorie der internationalen Beziehungen zwei Möglichkeiten, mit anderen Regionen sich auseinanderzusetzen. Entweder über Freihandel und Märkten. Und das kann man anbieten, für die, die das machen wollen. Und ich glaube, für den einen oder anderen ist das durchaus attraktiv, weil Europa nach wie vor ein großer Markt und damit ein attraktiver Markt ist. Und für andere, die das eben nicht wollen, die strategisch mit uns interagieren wollen, da dürfen wir nicht naiv sein, sondern wir müssen strategisch gegen und strategisch gegen aufstellen. Und da würde ich zwei Prinzipien gelten lassen. Das eine ist die Resilienz. Was sind bestimmte gesellschaftliche Bereiche, die wir im Zweifel selber leisten können müssen? Und nationale Sicherheit, die nationale Sicherheit. Das sind die zwei Dinge, die diese strategischen Interaktionen für die Länder oder die Regionen, die sich eben nicht darauf einlassen, mit uns auf einem Level Blamefield zu spielen, dann sozusagen die zwei Leitgedanken müssen diese Interaktionen leiten, diese strategischen. Philipp, gibt es noch eine Frage? Ich sehe langsam ein bisschen Müdigkeit und Durst im Publikum. Deswegen würde ich mal zur Abschlussfrage überleiten, die auch aus dem Publikum kam und die ich sehr naheliegend finde. An Sie alle, und das lässt sich auch sehr schön kurz beantworten. Wer wird denn nun Präsident oder Präsidentin? Sehr gut. Das ist die zentrale Frage. Ich habe mir noch als Abschlussfrage auch aufgeschrieben, was macht uns denn Hoffnung, wenn wir nach Amerika schauen? Denn das ist so ein bisschen gerade natürlich auch eine Frage, man guckt die ganze Zeit in Dystopien. Ich denke mal, wir haben eben das Thema Sicherheit gehabt. Auch eine Harris-Administration wird die Europäer nicht entlassen aus der Frage, wie sie mit der Ukraine oder mit der eigenen Sicherheit umgehen. Die Leute haben ja manchmal das Gefühl, wenn Harris gewählt wird, ist alles geritzt. Da bin ich ganz bei Ihnen, ist überhaupt nicht so. Aber was gibt uns da Hoffnung, wenn wir jetzt in die USA blicken und dann vielleicht mit Blick darauf auch, was dann am Ende vielleicht der Wahlausgang ist? Die Frage, die hier reingespielt wird und ich würde bei Ihnen anfangen, Frau Meneff. Also die erste Frage beantworte ich natürlich nicht. Es wird keinen wundern. Es ist so dünn und es geht um so wenig Leute, die da das Zünglein an der Waage sind. Das kann keiner beantworten. Das Zweite, was macht Hoffnung? Nun, also es gibt die MGM Germany seit 120 Jahren und da waren ziemlich viele Krisen dabei, auch zwischen den beiden Staaten. Letztendlich gibt es aber schon ein gemeinsames Fundament und ein, also wir sehen es ja am Wahlkampf, eine Haltung in den USA, die uns guttun kann. Nämlich, let's do it. Wir können das, wir schaffen das, wir kriegen da was hin. Und ich denke, was man immer machen kann, und es ist egal, in welchem Land und mit welchem politischen Regime, man muss sich die richtigen Leute suchen, mit denen man gemeinsam etwas durchziehen kann. Und ich glaube, die findet man überall, die findet man aber insbesondere in USA. Das gibt Hoffnung, dass Sie das so sehen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Andreas Audrit. Ich mache es wirklich kurz. Was gibt Hoffnung Kamala Harris und die Bewegung, und das ist mir wichtig, die Bewegung, die sie trägt und die diese, nicht nur sie als Person, sondern auch die Richtung, in die sie will, seit vielen, vielen Jahren vorbereitet. Und wer wird die Wahl gewinnen? Kamala Harris. Einer, der auch Hoffnung ganz konkret ausspricht, Herr Bachmann. Ja, fair enough. Also ich hoffe es natürlich auch, dass sie gewinnt, werde aber auch keine Vorhersage machen. Was mir im engeren Sinne für die Kampagne, die Harris-Kampagne in der Tat Hoffnung macht, sind tatsächlich so Mikrophänomene, Sie haben es ja auch schon angesprochen, Frau Menne, dass zum Beispiel in vielen Swing-States im Mittleren Westen die Republikaner im Grunde genommen kein Ground-Game mehr haben. Also die haben, die können keinen Straßenwahlkampf da mehr führen. Und in einer so engen Wahl, wie es jetzt so ist, gerade in diesen Swing-States, kommt es wirklich darauf an, dass du anrufen kannst, dass du die Leute Text schicken kannst, anrufen kannst, an die Türen klopfen kannst, hast du schon gewählt, wann gehst du wählen und so weiter. Das macht am Ende vielleicht 40.000, 50.000 Stimmen aus, aber das reicht. Das kann reichen. Und wir wissen zum Beispiel in Michigan, in meinem Heimatstaat, ist die GOP, die Staatsrepublikaner, die wurden von MAGA übernommen und sind so dysfunktional, die haben interne Streitigkeiten, die mussten ihr Hauptquartier verkaufen, weil sie überschuldet waren und so. Die haben im Prinzip kein Ground-Game mehr. Ich habe mir inzwischen sagen lassen, dass es in Wisconsin ähnlich aussieht. Pennsylvania ist wohl ein bisschen besser. Da hat der Senatskandidat vor der Republikaner selber ein Ground-Game aufgebaut. MAGA ist einfach so dysfunktional, um das zu können. Also das macht mir ein bisschen Hoffnung, weil das sind, glaube ich, so diese Dinge, die man auch in den Umfragen nicht unbedingt sieht, weil was ist der Turn-Out? So ein bisschen eine Wildcard ist in Michigan, unfortunately, der Muslim Vote, der Arab-American Vote, die nicht so gut zu sprechen sind auf Kamala Harris und Biden. Das ist so die Wildcard, die ich in Michigan sehe. Also es bleibt eng. Meine Hoffnung allgemein für die USA ist, Frau Menner hat es auch schon angesprochen, am Ende des Tages ist Amerika noch stärker als Deutschland, muss man sich immer klar machen. Aber das ist nur eine halbe Hoffnung. Ein sehr dezentraler Staat. Das heißt, mein persönliches Leben, wenn ich in Michigan lebe, in einem demokratischen Kongress, wir haben eine Trifekte in Michigan jetzt, der Staatssenat, das Staatshaus und die Gouverneurin ist blau, wird sich nicht so viel ändern. Trump hat kaum Macht über mein Leben, außer eben, wie gesagt, über die Einkommenssteuer. Aber ansonsten, also wenn er nicht wirklich extrem, sagen wir mal, faschistisch wird und dann wirklich sozusagen auch die Staatsinstitutionen abschaffen kann, wie das ja in Deutschland auch schon mal passiert ist in den 30er Jahren, wenn er das nicht schafft, was ich nicht ausschließen will, dass er das kann, muss man ganz klar sagen, aber wenn er es nicht schafft, dann ist für den Durchschnittsamerikaner jedenfalls der Staatsbürger ist und der nicht illegal ist, das ist auch eine große Gruppe, die man ausnehmen sollte. Für die wird es richtig ungemütlich, das ist klar. Die können auch wirklich die Staatsautoritäten da nicht schützen, wenn die Bundesautoritäten da reingehen. Aber für mich als sozusagen regulär, legal in Amerika wohnenden, wird sich nicht viel ändern, sollte eine Trump-Administration kommen, wie gesagt, wenn er nicht in den extremen Faschismus geht. Ich würde allerdings sagen, für Deutschland, Europa und vor allem für die Ukraine habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Insofern ist es eine zynische Hoffnung. Das bezieht sich jetzt, glaube ich, auf die mögliche Trump-Präsidentschaft mit der keinen Hoffnung, genau, das nur noch klarzustellen. Und die Hoffnung auf die Bundesstaaten, die ist natürlich begründet, weil in der ersten Trump-Präsidentschaft das tatsächlich auch der Hoffnungsanker war, zum Beispiel auch beim Klimaschutz. Nichtsdestotrotz mit dem, was die Heritage Foundation da ausgearbeitet hat, ziehen ganz andere Seiten da auf. Und insofern müssen wir da sehr gebannt auf den 5. November schauen. Ich sehe, dass Heike Buchter tatsächlich die gesamte Mittagspause mit uns verbracht hat. Und deswegen will ich fragen, ob sie vielleicht, wenn das die Technik gerade erlaubt, uns noch mitgeben möchte zum Abschluss einmal, was sie denn aus der Debatte vielleicht mitnimmt, auch mit dem Blick jetzt darauf, wie die kommenden Wochen bis zur Wahl aussehen können oder eben dann auch der Wahlausgang aus ihrer Sicht? Frau Buchter. Ja, die Debatte, das war schon sehr interessant. Da sind viele Punkte angesprochen worden, die ich auch so sehe. Ich denke auch, dass eine weitere Trump-Amtszeit würde ganz anders ausfallen als die erste, weil er heute von ganz anderen Leuten umgeben ist und die auch schon nicht nur das Project 2025, auf das sie angespielt haben, sondern eben auch andere Pläne, die sie dann gleich umsetzen wollten. Also das wäre, denke ich, schon sehr verheerend. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es Kamala Harris schafft, obwohl ich, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, keine große, ich bin kein großer Fan von ihr. Ich glaube, dass die Demokraten, wenn Trump gewinnt, dann ist es die Schuld der Demokraten, die seit geraumer Zeit einfach überhaupt keine Politik mehr machen für die mittlere Schicht und für die Arbeiterschicht. Und das zeigt sich eben auch daran, dass viele Gewerkschafter sehr skeptisch sind, was Kamala Harris angeht, aber auch was die Demokraten insgesamt angeht. Also insofern hoffe ich natürlich, dass Kamala Harris gewinnt, weil ich Trump nicht nochmal haben wollte, aber ich sehe auch, dass dieses Land vielleicht das größere Problem hat 2028 dann, wenn Kamala Harris gewinnen sollte, weil die Probleme nicht angegangen werden. Vielen Dank, Frau Buchter, nochmal auch fürs zugeschaltet sein die ganze Zeit und vielen Dank an unsere Gäste hier, Simone Menne, Herr Bachmann und Andreas Audritz und natürlich an Sie alle, dass Sie mit dabei waren. Und wie gesagt, Sie sind jetzt gerne eingeladen, die Gespräche auch fortzusetzen. Einmal die Treppe runter rechts bei ein paar Getränken und einer Brezel. Kommen Sie bald wieder. Schönen Abend noch. Applaus 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 Applaus